Guten Tag. Mein Name ist Werner Schwebs und ich berichte hier einmal in einem Video etwas im Allgemeinen über unsere ATH wie dieses in den Ausgaben der Werkszeitung berichtet wurde. Die einzelnen Ausgaben erschienen von 1955 bis 1977 und werden auf einer ThyssenKrupp Internetseite gezeigt und sind damit für jeden bis einschließlich 1973 zugänglich. Wie kam ich darauf, das Video zu machen? Naja, nachdem ich den hier gezeigten Artikel in einer alten Werkszeitung gelesen hatte, wie die in 1957 gedruckt wurde, dachte ich, dass man das einmal nach all der vergangenen Zeit kurz in YouTube zeigen sollte. Aber hauptsächlich zeige ich, was alles darin in all den vielen Ausgaben der Werkszeitung über den Hüttenausbau berichtet und gezeigt wurde. Im Schwerpunkt der Betrachtung hier sind die Jahre in der Zeit von 1953 bis 1973. Dieser Aufbau war nach meinem Verständnis schon sehr beeindruckend und wurde sehr gut in den Werkszeitungsberichten mit den dazu passenden Bildern erklärt. Nochmal kurz zu mir, ich lebe in Thailand, bin 72 Jahre alt und habe aber meine alte Heimat, den Duisburger Norden wie er damals war, wo ich bis 1978 lebte trotz meines Weltenbummlerleben nicht vergessen. Ich möchte hier ergänzen, dass ich ungefähr 50 Länder unserer schönen Welt besucht und in einigen davon für längere Zeit gelebt, um die Projekte, die ich meistens geleitet habe, zu bauen. Mit Stolz möchte ich berichten, dass ich als damaliger junger Hüttenknecht, wie wir uns selber nannten, die in diesem Video gezeigten Hüttenanlagen fast alle, bis auf ganz wenige Ausnahmen ganz gut kannte. Hierzu einmal eine Frage. Wer kennt heute noch die Sonntagsgießerei und weiß, wo diese war? Hier zeige ich eine alte Luftaufnahme des Bruckhausener Werksbereiches, der in der Werkszeitung unserer ATH 12 1957 gezeigt wurde. Unter vielen anderem ist hier auch die Sonntagsgießerei zu sehen. Diese lag fast schon in Beek, also südlich vor der langgezogenen Hochofenanlage. Wenn ich mich recht erinnere, war der Name Sonntagsgießerei nur ein Spitzname, der von den Hüttenleuten kreiert wurde, und der richtige Name war die Masselgießanlage. Ich hatte mehrere Werkszeitungsartikel als Vorlage für einige meiner Videos benutzt, und möchte somit auch ein freundliches Dankeschön an alle, die diese Zeitung gedruckt, und auch veröffentlicht haben, sagen. Es ist schon sehr beachtlich, dass man heute auf der Thyssenkrupp-Internetseite alte Werkszeitungen aus der Stahlindustrie finden kann, und das von Unternehmen, die alle leider verschwunden sind. Wir und auch unsere Väter haben die Werkszeitung gelesen, und mit den interessanten Bildern wurde uns das Arbeitsumfeld, in dem wir beschäftigt waren, nähergebracht. Wir die Thyssenhüttenarbeiter freuten uns immer wieder auf eine Folgeausgabe mit einer erneuerten Berichterstattung über unsere Hütte und vieles mehr wie zum Beispiel der Besuch des französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle. Ebenso hat zu Hause die ganze Familie ob Mutter, Frau und Kinder da immer reingeschaut, und gehörten ebenfalls zu der Leserschaft dieser Hüttenzeitung. Sogar unsere alte Oma, die Jahrgang 1874 war, hat da durchgeblättert. Ich selber habe die Werkszeitschrift nachdem ich meine Lehre im April 1966 bei der ATH begonnen hatte bis zu meinem Ausscheiden in Mitte 1974 bekommen. Aber schon damals als Kind, brachte mein Vater der Bergmann auf der Zeche Westende war neben der Bergwerkszeitschrift der Förderturm auch die Thyssenwerkszeitung unserer ATH mit nach Hause. Ich blätterte diese immer durch um vor allem Bilder von Zügen und Funken sprühenden Hütteneinrichtungen zu sehen. Da wusste man als Kind dann wie so einige der großen Werkshallen, die man sonst nur von den Straßenbahnhaltestellen Martena und Franz-Lenze-Straße oder durch den Blick von der Marxlohr-Thyssen-Brücke auszusehen bekam von innen aussahen, und was darin so gemacht wurde. Unvergessen bleibt für mich die Ausgabe 10 aus dem Jahr 1957 mit der dampfenden großen Güterzug-Lokomotive auf dem Titelbild. Als ich dieses Titelbild nach 65 Jahre im Internet wieder sah dachte ich, das Bild kennst du doch. Und richtig, es war die Werkszeitung, die mein Vater mir damals mit der schönen Dampflok und anderen Bildern des Thyssen-Kollzugs mitgebracht hatte. Zu der Zeit war ich im ersten Volksschuljahr, und wie gerne wäre ich da auf diesem schnellen schwarzqualmenden Dampfross mitgefahren. Aber das war nur ein Kindertraum, der nie in Erfüllung ging. Was für eine schöne Erinnerung aus längst vergangenen, aber unvergesslichen Zeiten meiner Beecker Kindheit. Man schrieb damals dazu folgendes. In schneller Fahrt rollt der 1000 Tonnen Keulzug unserer Hütte auf der Bogenbrücke bei Witten über die Rohr. Über 300 dieser Spezialzüge fuhren bisher aus Hamborn zu den Hüttenwerken Siegerland nach Eichen. Die Werkszeitung unserer ATH mit ihren üppig bebilderten Inhalt erschien fast immer monatlich gedruckt auf den so schönen glänzenden Papierseiten. Die Ausgabe Januar 1955 war die erste, und zeigte das Titelbild einer Stahlprobenentnahme im Thomas-Stahlwerk. Die Zeitung war eine sehr gute Informationsquelle für uns Hüttenarbeiter. Zuerst waren die Bilder in dem Hüttenmagazin in schwarz-weiß, und etwas später kamen auch Farbaufnahmen dazu. Die Werkszeitung war, wie ich meine, ein Stück der August-Thyssen-Hütte-Geschichte. Sie war vor allem auch ein Bindeglied zwischen uns den Hüttenwerkern und der Werksleitung mit ihren Vorständen, Direktoren und dem Aufsichtsrat. Der erste Aufsichtsrat-Vorsitzende der ATH war der CDU-Politiker Dr. Robert Pferdmenges, der Alterspräsident im Bundestag und ein enger Freund und Berater des Bundeskanzlers Konrad Adenauer war. Unvergessen ist hier natürlich der Berg-Assessor Hans-Günter Sohl, der seit 1953 an der Spitze des Vorstandes stand. Wir wussten also dank der Werkszeitung wie alle diese hohen Herren, die den expandierenden Weg unserer Hütte über zwei Jahrzehnte bestimmten aussahen, und Treue und Beharrlichkeit waren damals eine Tugend. Dieser Vorstand hatte den größten Anteil am Wiederaufbau nach der Demontage, machte die größten Werkserweiterungen und Erneuerungen in der Geschichte der ATH wie man natürlich in der Werkszeitung entsprechend berichtete. Hüttendirektor Dr. Michel sagte wie es war. Hochülfen sind ein Wahrzeichen eines Hüttenwerkes. Mein Kommentar. Der Mann hatte Recht. Wir als neue Lehrlinge machten damals im April 1966 eine Besichtigung des gesamten Bruckhausener Hochofenbetriebes. Neben den insgesamt neun Hochülfen sahen wir die imponierende dahinterliegende Hochbahn mit ihren Bunkern, und die vor den Hochülfen liegende Kuckerei. Das war sehr eindrucksvoll, und schon etwas ganz Besonderes. Diese Hochofenanlage mit der Kuckerei prägte nicht nur die Stadtteile Bruckhausen und Beek, sondern auch uns die Duisburger Menschen die da lebten, und auch gearbeitet haben. Das, was hier damals aus einem Trümmerhaufen entstanden war, kann man einfach nur als erstaunlich bezeichnen. Es war das deutsche Wirtschaftswunder bei der August-Thyssen-Hütte, und wir die Thyssen-Arbeiter waren maßgeblich daran beteiligt. Hier folgt eine von mir gemachte Zusammenfassung des zeitlichen Ablaufes, wie die August-Thyssen-Hütte sich nach dem Krieg entwickelte. Nach der Demontagezeit gingen die folgenden Hochofen wieder erstmals auf ihre Reise. Hochofen 7 Am 7. Mai 1951 Hochofen 5 Am 24. Mai 1951 Hochofen 6 Am 12. April 1952 Hochofen 9 Am 27. Dezember 1952 Hochofen 8 Am 24. Januar 1955 Hochofen 2 Am 15. Oktober 1955 Hochofen 4 Am 5. Juli 1957 Im Oktober 1951 wurde der erste Siemens-Martin-Ofen in dem SM-Werk 2 in Betrieb genommen. Im März 1953 wurde im Thomas-Werk die erste Schmelze mit erfahrenen Stahlwackern geblasen. Sechs Jahre später in 1959 wurde das Werk auf insgesamt sieben Konverter erweitert. Siehe hierzu auch mein YouTube-Video Zeitreise Thomas Stahl in dem alle Details des schon lange nicht mehr existierenden Thomas Stahlwerkes enthalten sind. Im Mai 1953 nahm man die Walzstahlerzeugung auf der alten Fertigstraße 1 wieder auf. Es wurden dringend Schienen in Deutschland gebraucht. Februar 1955 Im Blickfeld stärksten Interesses steht die Errichtung der neuen Breitbandstraße auf der ATH Film und Funk halten den Augenblick des Einfahrens der Walzen in eines der Quarturgerüste an der Vorstraße in Bild und Wort fest. Der erste Spatenstich an der neuen Breitbandstraße erfolgte im September 1953, und hier mussten allein 200.000 Kubikmeter Boden ausgeschachtet werden. Um diese Erdmasse zu bewegen, waren 400 Güterzüge mit je 60 Wagen erforderlich. Die eingebrachte Betonmenge belief sich auf 50.000 Kubikmeter, der verarbeitete Armierungsstahl auf 4.000 Tonnen. Die gesamte bebaute Fläche umfasst 50.000 Quadratmeter. Die Inbetriebnahme der neuen Breitbandstraße folgte im März 1955. Der Bundeskanzler Konrad Adenauer und viele andere kamen zur Eröffnung. Es war ein großes Ereignis. Im Mai 1956 berichtete die Werkszeitung über Strom, Dampf und viel Wind die Energieerzeugung aus eigener Kraft. Ein Besuch fand in den Kraftanlagen der ATH statt. Unsere Hütte ist ein Großverbraucher an Strom, Dampf und Wind. Die in den Bildern gezeigten riesigen Gasgebläsemaschinen mit ihren angeschlossenen Behälter fangen Druck und Stoß des Gebläsewindes auf, und leiten den Wind weiter in die nach den Winterhitzern gelegten Leitungen. Im Juli 1956 begann das Kaltwaldzwerk mit seiner Produktion. Zuvor flog eine Gruppe von 15 Thyssen Kaltwalzer in die USA zum Amco Stahlwerk in Mitteltaun um neue Methoden rund um das Kaltwalzen zu erlernen. Am 15. November 1956 wurde der erste Koks der neuen Batterie 1 unserer Kuckerei August Thyssen aus dem Ofen 3 gedrückt. Zahlreiche Belegschaftsmitglieder der Kuckerei und Gäste erlebten diesen wichtigen Augenblick. Der Kohlenturm zeigt eine neuartige Silhouette und wurde erstmals aus Spannbeton erbaut. Und schließlich ging im Februar 1957 das neue Siemens Martin Stahlwerk mit zwei Öfen in den Betrieb. Es war ein elegantes Werk mit seiner Glasfassade. In 1958 folgten zwei weitere Öfen. Auch hier flog eine Gruppe von 8 Thyssen Stahlwerker vom Siemens Martin Werk 1 in die USA zum Amco Stahlwerk in Mitteltaun um die neuen Methoden rund um das Stahlkochen im SM-Ofen mit den neuen Chargiermaschinen die den Ofen beschickten zu erlernen. Siehe hierzu auch mein YouTube-Video SM Stahlwerk. Die Blockbrammenstraße 2, gebaut im Jahr 1957 nahm ihren Betrieb auf und lieferte die gewalzten Brammen zu dem Warmbandwerk 1. Hinter der Blockstraße war die Flämmerei wo die gewalzten Brammen ich sage mal einfach mit Sauerstoff angeheizt von einer Acetylenflamme geputzt wurden. Im April 1958 wurde berichtet, dass die ATH im Berichtsjahr 1957 in einem erweiterten Kreis von Beteiligungsgesellschaften, deren geschäftliche Entwicklung im Allgemeinen wiederum zu neuen Höchstziffern in Produktion und Absatz führte stand. Wegen des anhaltenden Kostendrucks konnten die Ergebnisse allerdings nicht überall voll befriedigen. Das Schaubild zeigt die wichtigsten Beteiligungen und ihren Umfang. Danach berichtete man über das Anita-Thyssenheim-Tester-Berge und bezeichnete es als das Paradies im Grünen, das inmitten der Waldungen des Naturschutzgebietes Wacholdertal lag. Im gleichen Zeitraum berichtete man, dass das Kraftwerk Hamborn an der Alsummerstraße erweitert und verstärkt wurde. Der Werkshafen Schwelgern erhielt im Oktober 1958 eine moderne Bandförderanlage für Erze, und drei neue Portalkräne und eine große Verladebrücke erhöhen die Verladekapazität des Hafens. Hierzu präsentierte man uns eine schematische Übersichtszeichnung und eine Luftaufnahme des ATH Hafens Schwelgern, die uns einen guten Überblick der gesamten Anlage gab. In der Ausgabe Mai 1959 berichtete man, dass unsere Hütte den neu errichteten Hochofen 10, also den 8. des Bruckhausener Hochofenwerkes, in Betrieb genommen hatte. Es war fast genau auf den Tag acht Jahre nach jenem 7. Mai 1951, an dem Hüttendirektor Dr. Michel nach sechsjähriger Stillstandszeit den ersten Hochofen der ATH auf die Reise geschickt hatte. Seither wurden bis Ende April 1959 von den ATH Hochöfen insgesamt 8,9 Millionen Tonnen Roheisen erschmolzen. Es ging weiter in 1959 mit dem Bau der Fertigstraße 2, die offiziell als Universal-Trägerstraße bezeichnet wurde. Diese begann den Walzbetrieb im September 1960 und produzierte Doppel-T-Träger. Hier könnte man fast sagen am laufenden Band. Die lang gewalzten Träger wurden durch eine fliegende Säge auf spezifizierte Längen getrennt. Die modernen Gebäude von Versuchsanstalt und Labor, die nach einem Entwurf von Professor Weber, München, in über zweijähriger Bauzeit entstanden, ersetzen die im Kriege zerstörten Forschungsinstitute unserer Hütte, deren Aufgaben seither in kriegsbeschädigten Häusern und verstreut an zahlreichen Stellen des Werkes weitergeführt worden waren. Hüttendirektor Dr. Michel konnte diese Neubauten am 15. Juni 1959 ihrer Bestimmung übergeben. An einer Feierstunde in der Schmelzofenhalle der Versuchsanstalt nahmen neben dem Vorstand unserer Hütte Mitglieder des Betriebsrates, der Betriebsleitungen und Belegschaft, sowie zahlreiche Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Behörden teil. Unter ihnen befanden sich der Rektor der Technischen Hochschule Klausthal, Professor Dr. Oelsen und Professor Dr. Eilender als Vertreter der Technischer Hochschule Aachen, zweier Lehranstalten, denen sich unsere Hütte besonders eng verbunden weiß. Die neue Bandverzinkung der ATH ist Mitte 1959 angelaufen. In den letzten Monaten sind die Betriebe unserer Hütte um eine neue wichtige Anlage bereichert worden. Im Anschluss an das Kaltwalzwerk hat die vollkontinuierliche Bandverzinkung nach dem Amco-Senzimir-Verfahren ihre Produktion aufgenommen. Sie erzeugt monatlich zwischen 6.000 und 8.000 Tonnen verzinktes Blech, das in Form von Kolz oder Tafeln den Weg zu den Verarbeitern nimmt. Die schematische Darstellung zeigt die einzelnen Aggregate der Anlage. Die Gesamtlänge der Anlage beträgt 255 Meter, die Länge des Ofenteils allein 125 Meter. Im Oktober 1959 wurde die Batterie 4 der Kuckerei August-Thyssen in Betrieb genommen. Das Bild zeigt die Gäste bei der Eröffnung in Bruckhausen. Es ging weiter im September 1959. Das neue Tor 1 unserer Hütte war im Bau. Die ersten Arbeiten, die das Gesicht unseres Werkes an der Kaiser-Wilhelm-Straße verändern werden, wurden begonnen. Die alte, ziemlich schmutzig aussehende hohe Mauer, die das Werk umsäumte mit dem alten Werkseingangsgebäude 1 hatten ihre letzten Tage gesehen. Ich erinnere mich noch ganz gut an die alte Werksmauer, da wir auch früher mit der Straßenbahn der Linie 1 da vorbei gefahren sind, und nicht nur das, sondern auch gelaufen sind. Gegen Ende 1959 berichtete die Werkszeitung über die neue Hochstraße, Werkstore und Straßen. Hier im Bild ist der neue Straßenbau bei der ATH und die neue Hochstraße zwischen Warm-Breitbandstraße und SM-Stahlwerk 2, die Hütten-Direktor Dr. Michel nach einer Bauzeit von 14 Monaten im November 1959 dem Verkehr übergeben konnte. Sie hat eine Gesamtlänge von 465 Meter, von der 315 Meter in Stahlkonstruktion in Form eines langgestreckten S auf 11 überbauten die Rangiergleise überspannen. Eine ganze Reihe von Werkstoren wurde in der letzten Zeit modernisiert, zum Teil neu gebaut. Hier in Bild gezeigt ist Tor 3 und Tor 6. Beide Werkstore kannte ich sehr gut, da ich diese damals sehr häufig in meinen jungen Jahren durchschritten habe. Auch vom Sport berichtete die Werkszeitung Ende 1959 mit dem Titel, dass die ATH eine komplette Fußball-Oberliga-Elf bei Hamburg 07 stellt. Das große Thyssen-Wirtschaftswunder wurde in den 60er Jahren fortgesetzt, und das Bauen ging pausenlos weiter. Man baute fast ohne Ende, und kannte hier keine Grenzen. Neues Bauen Ein Gespräch mit Professor Gerhard Weber, dem Architekten des neuen Verwaltungszentrums der August-Thyssen-Hütte und vielen anderen Anlagen wie das Siemens-Martinwerk 1, Warmbandwerk 1, und viele andere. Die Mitarbeiter der Neubauabteilung in ihrem schönen neuen Büro auf der Franz-Lenze-Straße, das auch Aquarium genannt wurde, waren damit sehr beschäftigt. Anfang 1960 begann man mit dem Bau der neuen Hauptverwaltung in Bruckhausen. Diese Baustelle war genau an der Stelle, wo einmal ein Fahrradgeschäft war. Meine Oma kaufte mir da 1958 mein erstes so geliebtes buntes Fahrrad mit 24 Zoll-Rädern. Damals war ich gerade sieben Jahre alt, aber dieser Tag ist für mich einfach unvergesslich obwohl das bereits 65 Jahre her ist. Meine geliebte Oma war zu dieser Zeit bereits 84 Jahre alt, und wir sind von Beek nach Bruckhausen, und zurück die insgesamt fast sieben Kilometer natürlich gelaufen. Stolz, es wurde schon dunkel schob ich mein Fahrrad auf dem Rückweg in meinem Händen, da ich das Radfahren ja erst richtig lernen musste. Zur gleichen Zeit mit der Baustelle der neuen Hauptverwaltung also in 1960 fing man mit dem Bau eines gesamten neuen Hüttenwerkes in Beekerwerth an. Die Werkszeitung schrieb damals. Es war zweifellos ein weitragender, in die Zukunft greifender Entschluss, auf der an das bestehende Werk angrenzenden Schlackenhalde in Beekerwerth ein neues Werk zu errichten, das in seinen Größenordnungen den bisherigen Anlagen in mancher Hinsicht gleichkommt, oder sie sogar übertrifft. Hier möchte ich noch ergänzend sagen, dass es sich bei der zuvor genannten Schlackenhalde um die Schlacke der ansässigen Thomas-Schlackenmühle und der erst in 1959 in Betrieb genommen Zementfabrik handelte. Die Werkszeitung schrieb dazu. Zu den neuen Anlagen, die unsere Hütte in diesem Jahr in Betrieb nehmen konnte, gehört eine moderne Zementfabrik in Beekerwerth. Während bisher ein Teil der Mal-Anlagen unserer Thomas-Schlackenmühle für die Produktion von Hüttenzement benutzt werden musste, stehen hierfür jetzt eigene Einrichtungen zur Verfügung. Des Weiteren möchte ich hier erwähnen, dass auf den riesengroßen Gelände am Rhein noch die Beekerwerther Zeche stand, und auch noch bis 1963 in Betrieb war. Im Dezember 1960 zeigte uns die Werkszeitung eine schöne winterliche Panoramaaufnahme der Hütte von dem ausgebauten Hafen Schwelgern ausgesehen. Oben rechts im Bild ist die Sinteranlage 1 zu sehen. Zwischenzeitlich in 1960 und 1961 berichtete die Werkszeitung über den Ausbau des Breitband- und Kaltwalzwerkes. Hier ist noch ein weiteres interessantes Bild aus dem Kaltwalzwerk, und zwar am Auslauf der Vierfach-Tandemstraße. Am 7. Januar 1960 fand in der neuen Motorenhalle in der Nähe der Schreinerei eine vom Betriebsrat einberufene Betriebsversammlung statt, die von etwa 4000 Mitarbeitern besucht war. Kurz danach berichtete man, dass der Lohn für alle Lohnempfänger erstmals als voller Monatslohn auf ein Konto bei einer Bank oder Sparkasse überwiesen wird. Der Lohn für den Monat April 1960 wird am 13. Mai auf dem Konto des Mitarbeiters sein. Im März 1960 zeigte man uns ein Bild aus der Walzenschleiferei im Warmbandwerk 1, und berichtet, dass es hier auf Bruchteile von Millimetern ankommt. Zusätzlich zeigte man uns ein Bild von dem Schienenlager der Zurichtung der Fertigstraße 1. Der Bischof von Essen, Dr. Franz Hengsbach, stattete am 30. Mai 1960 der ATH einen Besuch ab, um die Arbeit in einem modernen gemischten Hüttenwerk kennenzulernen, und sich in Gesprächen mit der Werksleitung, Vertretern des Betriebsrates und Belegschaftsmitgliedern am Arbeitsplatz über die produktionstechnischen Probleme, sowie über die beruflichen und sozialen Fragen der Belegschaft zu informieren. Bergassessor Dr. Sohl begrüßte den hohen Gast und seine Begleitung. In allen Betrieben ließ sich Bischof Dr. Hengsbach durch Dr. Michel und die Betriebschefs die technischen Vorgänge eingehend erläutern, und unterhielt sich immer wieder mit den Arbeitern an ihren Arbeitsplätzen. Im Siemens-Martin-Stallwerk 1 erlebte er einen Kokillenguss, und diskutierte später lange mit Oberingenieur Becker. Selbstverständlich sah der Bischof Dr. Hengsbach auch die Tifofenanlage, und das Ziehen eines rotglühenden Blockes, der zum Walzen auf die Blockstraße 2 mit einer der Blockfähren transportiert wurde. Halbzeit auf der Thyssenbrücke, man berichtete, dass der erste Bauabschnitt schneller als erwartet der neuen Brücke am 18. Mai 1960 dem Fahrverkehr übergeben werden konnte. Nicht nur an der Thyssenbrücke wurde gebaut, sondern auch in Hamborn am Zinkhüttenplatz, wo die ATH ein neues Stadtzentrum mit Wohnungen baut. 100 Familien werden die neuen Wohnungen Anfang 1961 erhalten. Aber gehen wir zurück zur Hütte. Man zeigte uns im September 1960 in der Werkszeitung ein schönes Bild aus der Bandverzinkungsanlage 1 der ATH mit dem Steuerpult mit vielen instrumentalen Bedienungsanzeigen. Es folgten etwas später zwei beeindruckende Bilder eines aus dem Siemens-Martin-Werk 1, und das andere aus dem Hochofen-Werk. Es war eine Tradition von der Werkszeitung von Jubilarfeiern zu berichten, und den Jubilaren die gebührende Ehre zu geben, die diese während ihrer langjährigen Arbeit und Treue zur Hütte erworben hatten. In Hinblick auf das neue Hüttenwerk Beekerwerth berichtete die Werkszeitung Folgendes. Bei der Erweiterung der Produktionsmöglichkeiten, die der Neubau der Werksanlagen in Beekerwerth mit sich brachte, musste man mit den Rohstoffversorgungsanlagen für das Hochofenwerk beginnen, um die Steigerung der Erz-Eingänge um jährlich etwa zwei Millionen Tonnen bewältigen zu können. Voraussetzung war deshalb der Ausbau des Werkshafens Schwelgern, sowie der Neubau einer Erzbrech- und Siebanlage und einer zweiten Sinteranlage. Die notwendige Steigerung der Roheisenerzeugung, bedingt natürlich auch eine Erweiterung der Hochofenkapazität. Im Oktober 1961 befand sich das neue Blasstallwerk Beekerwerth in Bau. Die Vorbereitung der Bauarbeiten erforderte zunächst die Abtragung der Schutthalde in Beekerwerth. Sie erreichte eine Höhe von 44 Meter über Meeresspiegel und wurde um 14 Meter bis auf Höhe des Hüttenflures des Blas-Stallwerkes mit 30,5 Meter Höhe abgetragen. Damit wurde der unmittelbare Blick vom Rhein auf die Hüttenkulisse freigegeben. Gewaltige Massen mussten hier in anderthalb Jahren bewegt werden, denn insgesamt lagerten in Beekerwerth fast sechs Millionen Kubikmeter Haldenboden, davon rund 800.000 Kubikmeter verwertbare alte Hochofenschlacke. Hinzu kam ein Aushub von weiteren 500.000 Kubikmeter allein für die Fundamente des Blas-, Stahlwerkes und seiner unmittelbaren Nebenanlagen. Bis Mitte August 1961 wurden über drei Millionen Kubikmeter von der Halde abgetragen und an anderen Stellen des Werksgeländes, insbesondere im Bereich des Baggerlochs im Hafen Schwelgern, zur Verfüllung benutzt und auf Halde gekippt. Auch 500.000 Kubikmeter Schlacke konnten bisher verwertet werden. Über 300 Bau- und Stahlbauzeichnungen, sowie 5000 statische Berechnungen sind zur Durchführung des Bauvorhabens erforderlich. Die Bauarbeiten an den Fundamenten erforderten rund 52.000 Quadratmeter Schalung und 42.000 Kubikmeter Beton mit rund 2.400 Tonnen Betonstahl. Auch der Bau der Hallen war bereits weit fortgeschritten. Wie die Bilder zeigen sind etwa 12.000 Tonnen Stahlkonstruktion, also fast die Hälfte des Gesamtgewichts, bereits montiert worden. Dabei mussten über schwere Einzelteile eingebaut werden, die Gewichte bis zu 80 Tonnen besaßen. Der Einsatz modernster Hilfsmittel und an eines eigens für diese Installierung von der Firma D-Mark konstruierten Portalkrans mit 80 Tonnen Zugkraft, 40 Meter Spurweite und 60 Meter Hubhöhe, die Gesamthöhe erreichte 70 Meter, ließ die Arbeiten trotz der zeitweise schlechten Witterung im Sommer des Jahres 1961 schnell voranschreiten. Die Arbeitsgemeinschaften der eingesetzten Bauunternehmen und von zwölf Firmen für Stahlbau und Maschineninstallierung setzten insgesamt fast 1.000 Mann für den Bau in Beeker Wert ein. Nach knapp zwei Jahren Bauzeit konnte am 26. Juni 1962 der erste 150 Tonnen Konverter im neuen Oxygen-Stahlwerk Beeker Wert seinen Betrieb aufnehmen, und Ende Juli 1962 war der zweite Konverter betriebsbereit. Das Stahlwerk wurde in der ersten Baustufe auf eine Jahresleistung von 1,2 Millionen Tonnen ausgelegt. Wie zuvor gesagt ist seit Ende Juni der erste Konverter im ATH-Oxygen-Stahlwerk in Beeker Wert in Betrieb. Der Aufsichtsrat besichtigte bei seiner Juli-Sitzung eingehend das neue Werk. Hier im Bild Aufsichtsratsvorsitzer Dr. Pferd Menges, mit Schirm, mit, vorderer Reihe von Links, Aufsichtsratmitglied Dr. Birnbach, Dr. Sohl, Oberingenieur Behrens und Dr. Michel, in der zweiten Reihe Aufsichtsratmitglied Generaldirektor Prof. Nordhoff, sowie Dr. Risser und Dr. Cordes. Kurz danach am 28. September 1962 verstarb der Aufsichtsratsvorsitzer Dr. Pferd Menges. Seit Anfang April 1962 hat die ATH eine neue elektronische Datenverarbeitungsanlage in Betrieb genommen. Eins der neuesten Erzeugnisse der IBM, Internationale Büromaschinen GmbH, die Maschinenkombination 7070-1401, trat an die Stelle der alten IBM 650. Diese Anlage war eine der wichtigsten bürotechnischen Neuerungen des letzten Jahrzehnts und seit über drei Jahren mit großem Nutzen für Verwaltung und Betriebe der Hütte im Einsatz. Mit der neuen IBM 7070-1401, von der bisher in Westdeutschland zwölf Anlagen vorhanden sind, beginnt ein weiterer Abschnitt auf dem seit 1958 begonnenen Weg der elektronischen Datenverarbeitung bei der ATH. Mit ihr hält unsere Hütte den Anschluss an die technische Entwicklung, nachdem sie schon vor fast 40 Jahren als eine der ersten Gesellschaften der Eisen- und Stahlindustrie das damals noch junge Lochkartenverfahren in ihrer Verwaltung eingeführt hatte. Im Mai 1962 gab es Werbung für Thyssenstahl auf der Messe in Hannover. Das Bild zeigt das vergrößerte Haus von Thyssenstahl, und das gehörte zu den architektonisch besonders bemerkenswerten Pavillons der Messe. Wenn Gäste zur ATH kommen. 7500 Gäste kommen jährlich bei der Hütte zu Besuch. Im neuen Torhaus 1 befindet sich das Besucherbüro. Jedes Unternehmen zeigt gerne, worauf Werk und Belegschaft stolz sein können. Seine modernen Betriebsanlagen und die Entstehung der Produkte, zu denen man Vertrauen wecken und pflegen will. Das sind, auf die kürzeste Formel gebracht, die Gründe, weshalb auch bei unserer Hütte wie in vielen anderen Werken täglich Besucher begrüßt und durch die Betriebe geführt werden. Es ist die Aufgabe, die dem Büro für Werksbesuche unter der Leitung von Dr. Graf Praschma seit dem Wiederanlaufen der Produktion, seit jetzt fast zehn Jahren gestellt ist. Auch Besucher aus St. Veit im Pongau aus Österreich, wo ATH-Mitarbeiter seit Jahren umsonst Urlaub machen kamen zu Besuch, und besichtigten unsere Hütte. Hier ein Bild von der Beecker Kirmes aus Ende August 1961 mit einem Teil der Hochofenkulisse der ATH. Schön ist hier zu erkennen, dass sich der Hochofen 9 noch im Bau befindet. 65 Jahre sind vergangen, dass die heutige Kuckerei August Thyssen im Jahre 1897 nach zweijähriger Bauzeit ihre Produktion aufnehmen konnte. Hier eine Aufnahme von Anfang 1962. Am 4. Juli 1962 wurde der neunte Hochofen der am Ende der Bruckhausener Hochofengruppe von der ATH neu gebaut wurde mit dem Befehl von Oberingenieur Dr. Möller Wind auf in Betrieb gesetzt. Damit war der neue 9. Hochofen im Hochofenbetrieb der ATH angeblasen, und begann seine erste Ofenreise. Ich möchte aber dazu sagen, dass durch seine geografische Lage dieser imposante Großhochofenmeer ein neues Wahrzeichen für Beek als für Bruckhausen war. Es war eine Industrieansicht, die ebenfalls in Filmen gerne gezeigt wurde, wie zum Beispiel in dem hier gezeigten Bild aus den Filmaufforderungen zum Tanz aus 1977. Fast 105 Meter misst der Ofen von der 20 Meter tiefen Grube des Schrägaufzugs bis zu den Entlüftungshüten, die den 60 Meter hohen Kamin noch um rund 25 Meter überragen. Seine äußere Form, nicht zuletzt bemerkenswert durch die steil nach oben geführten Rohrleitungen und die moderne Rahmenkonstruktion seines Gerüstes, gibt der Hochofengruppe ein neues Gesicht, und den Stadtteilen Beek und Bruckhausen eine markante Kulisse. Mit 9 Meter Gestelldurchmesser und einer Tagesleistung von je 2000 Tonnen Roheisen, gehört der Hochofen zu den größten und modernsten Ofeneinheiten innerhalb der Montan Union. Die Werkszeitung präsentierte uns einen schematischen Überblick über die Stahlwerkseinrichtungen der ATH in 1963. Ich habe hier die gezeigte Schematik auf die Roheisen- und Rohstahlproduktion reduziert, um die vorhandenen Einrichtungen deutlicher zeigen zu können. Danach berichtete die Werkszeitung von 12 Kilometer langen neuem Licht auf den Werksstraßen. In April 1963 führte die ATH zum ersten Male ihre Hauptversammlung in der neuen Markatorhalle der Stadt Duisburg durch Mai 1963, in 1000 Meter Höhe über den Neubauten von Werk 2 in Beekerwerth. Die Luftaufnahme zeigt den gegenwärtigen Bauzustand der neuen Werksanlagen in Beekerwerth. Vor der Kulisse der Hütte mit der Hochofengruppe, rechts oben, der Sinteranlage und dem Kraftwerk Hamborn, links davor, sowie den sich nach links anschließenden Anlagen der Stahl- und Walzwerke breitet sich die große Baustelle von Werk 2 zwischen der seit dem Frühjahr stillgelegten Schachtanlage Beekerwerth, Mitte rechts außerhalb des Bildes, und dem Rhein aus. Am linken Bildrand erkennt man in der oberen Hälfte bei Alsum einige Kribben in Höhe des Einlaufs der alten Emscher in den Rhein. Links neben der Schachtanlage der Komplex des seit fast einem Jahr arbeitenden Oxygenstahlwerkes, nördlich davon die Hallen der Tiefofenanlage und der sich nach Westen anschließenden Brammenstraße 3, die in Kürze in Betrieb genommen wird. An sie reihen sich, näher am Rhein gelegen und von Norden nach Süden verlaufend, die großen lang gestreckten Hallen des Breitbandwarmwalzwerkes, sowie der breitgelagerte Komplex des Breitbandkaltwalzwerkes. Am unteren Bildrand rechts die Anlagen der Thomas Schlackenmühle und der Zementfabrik der ATH, links daneben Lager- und Montagebauplatz für die Neubauten. Es folgte ein Bild mit dem Kokillenguss im neuen Oxygenstahlwerk in Beäckerwerth aus einer 150 Tonnen Gusspfanne. Das Werk 2 in Beäckerwerth wächst weiter schrieb man in der Werkszeitung im September 1963 und zeigte uns unter anderen ein Bild von den Hallen des neuen Breitbandwarmwalzwerkes. Siehe hierzu auch mein YouTube-Video Warmbandstraße 2. Sechs Monate später folgte die neue Bruckhausener Hauptverwaltung die in 1963 bezugsfertig war, und am 4. November feierlich eingeweiht wurde. Über 700 Mitarbeiter fanden auf 10.500 Quadratmeter Büroflächen in dem 14-geschossigen soliden Zweckbauplatz. Vor dem Haus grüßten an diesem Festtag, an dem in den Grundstein eine Urkunde zur Erinnerung an die Errichtung des Hauses gelegt wurde, die Flaggen der Bundesrepublik, des Landes Nordrhein-Westfalen und der Stadt Duisburg die etwa 150 Gäste, Mitglieder des Aufsichtsrates unserer Hütte, Vertreter der am Bau beteiligten Firmen, der Tochtergesellschaften der ATH, befreundeter Gesellschaften, der Behörden, sowie zahlreicher Verwaltungen. Fahner nahmen an ihr Mitarbeiter unserer Hütte teil. Die mit dem Grundstein verlegte Urkunde hat folgenden Wortlaut. Sieben Jahrzehnte nach Gründung des Hüttenwerkes in Bruckhausen durch August Thyssen entstand in den Jahren 1960 und 1963 als Schlussstein des zehnjährigen Wiederaufbaus der nach dem Zweiten Weltkrieg demontierten Betriebe der August Thyssenhütte und nach Bildung der ATH-Gruppe dieses 14-geschossige Hochhaus. Als neue Verwaltung der ATH tritt es an die Stelle des seit langem zu klein gewordenen alten Verwaltungsgebäudes, das der Gründer unseres Unternehmens zu Anfang des Jahrhunderts abbauen ließ. Entwurf und Planung des Hauses, das über 700 Mitarbeitern moderne Arbeitsplätze gibt, stammen von Professor Gerhard Weber, München in dessen Händen auch die Bauleitung lag. Am Montag, dem 4. November 1963, wurde in Anwesenheit von Vertretern des Rates und der Verwaltung der Stadt Duisburg, der ATH und ihrer Tochtergesellschaften, des Architekten, der Bauunternehmen, sowie weiterer Gäste diese Urkunde in den Grundstein des neuen ATH-Hauses gelegt und das Gebäude damit seiner Bestimmung übergeben. Der Vorstand, der damalige Oberbürgermeister der Stadt Duisburg, August Seeling, lobte in seiner Ansprache die ATH-Entwicklung und sagte, würde August Thyssen noch einmal auferstehen und sehen, mit welcher kühnen unternehmerischen Initiative sein Werk und sein Erbe weitergeführt worden sind, er könnte sich in der Gewissheit, dass alles in guten Händen ist, wieder zur Ruhe legen. Ebenfalls im November 1963 berichtete man, dass der Werkshafen Schwelgern der ATH gegenwärtig ausgebaut wird, um seine Umschlagkapazität um rund ein Drittel auf etwa 16 Millionen Jahrestonnen zu erhöhen. Diese Leistungssteigerung wird erreicht durch die Verlängerung des Stichhafens auf zunächst rund 185 Meter Keilänge und durch die Errichtung einer leistungsfähigen Schiffsentladeanlage, von der aus neue Erzlagerplätze am Hafen über Transportbänder beschickt werden. Die für das neue Hafenbecken zunächst vorgesehenen zwei Schiffsentlader haben eine Entladeleistung von jeweils durchschnittlich 400 und in der Spitze 830 Tonnen je Stunde, während die durchschnittliche Stundenleistung normaler Kräne und Brücken gegenwärtig zwischen 120 und 180 Tonnen je Stunde liegt. Ohne Verzögerung in dem gleichen Zeitraum folgte ein Bericht in der Werkszeitung, dass sich der neue ATH Hochofen 4 seit Ende 1961 in Bau befand. Mit ihm, der eine Höhe von 99 Metern hat veränderte sich erneut die Kulisse des Hochofenwerkes, wie das hier gezeigte Bild deutlich präsentiert, nachdem bereits in den letzten Jahren die Hochöfen 8 und 9 am Ende der Ofenreihe dem Werk einen neuen Akzent gaben. Der neue Hochofen 4 wird an der Stelle des alten Hochofens 6 errichtet und mit seinem Gestelldurchmesser von 9,5 Meter zu den größten Hochöfen der Welt zählen. Seine Tageskapazität wird über 2000 Tonnen Roheisen betragen. Die von mir gezeigten Bilder in dem Video vermitteln einen Eindruck von den Montagearbeiten an diesem Hochofen, der seinem Äußeren nach mit dem Hochofen 9 sehr verwandt ist. Die Tatsache, dass in unmittelbarer Nähe der Baustelle die Produktion der anderen Hochöfen ungehindert weitergeführt werden muss, beeinflusst selbstverständlich den Fortgang der Bauarbeiten. Es wird noch einige Zeit vergehen, bis Ofen 4 festlichen Schmuck zum ersten Abstich anlegen kann. Für den Bau des Ofens werden 15.000 Tonnen Stahl benötigt und montiert, außerdem 8.000 Tonnen feuerfestes Mauerwerk. Ein Farbfoto des Hochofens mit dem Blick auf den Schrägaufzug, den mit einem Stahlmantel umkleideten Kamin, sowie auf die Winterhitzer zeige ich hier ebenfalls. Zweimal wehte die Flagge auf Halbmast vom Hochofen der August-Thyssen-Hütte. Am Ende des Jahres 1963, kurz nach der feierlichen Einweihung des neuen Verwaltungsgebäudes, musste die ATH zweimal die Flaggen auf Halbmast setzen. Einmal anlässlich der Trauer über den Mord an dem amerikanischen Präsidenten Kennedy und Mitte Dezember 1963 zum Tode von Altbundespräsident Professor Heuss. Wieder einmal verändert sich das Bild im Hafen Schwellgern. Der vor Monaten begonnene Ausbau des Stichhafens, über den die Werkzeitung bereits berichtete, nimmt nun endgültige Gestalt an. Mit dem Bau der neuen Erzbrech- und Siebanlage, der neuen Sinteranlage 2 und dem Ausbau des Erzlagers wurden die Errichtung einer neuen Entladeanlage und die Vergrößerung des Stichhafens notwendig. Nach Fertigstellung dieser Anlage wird die Abfertigung vor allem von Schubeinheiten wesentlich schneller möglich sein. Konstruktiv haben die neuen Entladebrücken, deren Bau weit fortgeschritten ist, das Aussehen riesiger Giraffen. Ihr Stehlerner Doppelhals, der starre Ausleger für die Laufkatze mit 12,5 Tonnen fassenden Greifer, ragt etwa 18 Meter in das Hafenbecken. Es gab Anfang 1964 eine neue Maßnahme zur Bekämpfung der Luftverschmutzung, und zwar durch die Einführung eines neuen Coxofen-Füllwagens, der mit einer von der Firma Hartung, Kuhn & Co. neu entwickelten Entstaubungseinrichtung versehen ist. Wie alljährlich wurde auch in diesem Jahr der 1. Mai 1964 bei den Belegschaftsmitgliedern der ATH wieder festlich begangen. Tag der offenen Tür in Beäkerwerth fand großen Anklang. Es war ein einmaliges Erlebnis, dass über 750 Aktionäre und Gäste der diesjährigen Hauptversammlung mit nach Hause nehmen konnten. Mit als erste Besucher konnten sie den Gesamtkomplex der neuen Werksanlage in Beäkerwerth besichtigen. Im Juni 1964 zeigte man uns ein Bild mit dem Steuermann am Einlauf der Beize des Kaltwalzwerkes 1. Die Vielfalt der Betriebe bei der ATH war schon erstaunlich und sehr beeindruckend. Zum gleichen Zeitpunkt zeigte man uns ein schönes Bild von der Werksküche an der Thyssenbrücke. Hier konnten wir für kleines Geld warm essen, und es schmeckte auch gut. Die ATH bleibt führend in der Entwicklung der Hochofentechnik, schrieb man in der Werkszeitungsausgabe August 1964. Die August-Thyssen-Hütte konnte am 15. Juli als erstes Hüttenwerk der Bundesrepublik einen Hochofen mit 9,5 Meter Gestelldurchmesser in Betrieb nehmen. Auf der mit sommerlichem Grün geschmückten Abstichbühne des neuen Hochofens 4 hatten sich zur Inbetriebnahme die Belegschaft des Hochofens und anderer Abteilungen, sowie zahlreiche leitende Herren aus Betrieb und Verwaltung und Vertreter der am Bau beteiligten Firmen eingefunden. Hüttendirektor Dr. Michel würdigte die Bedeutung des neuen Hochofens für unsere Hütte in einer Ansprache. Der neue Hochofen 4 wurde erfahrenen Schmelzern anvertraut, wenn der Holzstoß brennt, wenn der Koks hinter den Blasformen Feuer gefangen hat, und die ersten Rauchfahnen oben an den Hüten austreten, ist die Feier des Anblasens abgeklungen. In diesem Augenblick beginnt das Werk der Hochofenbelegschaft. Den Schmelzern mit ihrer Erfahrung, ihrer Sorgfaltspflicht und ihrer Einsatzbereitschaft vertrauen wir den neuen Ofen an. Möge die Schutzpatronin der Eisenhüttenleute unserer Schmelzarbeit ihren Segen geben. Der neue Hochofen 4 trat an die Stelle eines alten Hochofens von 5,5 Meter Gestelldurchmesser und versetzt die ATH in die Lage, bei Vollbetrieb aller neuen Hochöfen monatlich über 300.000 Tonnen Roheisen zu produzieren. Hochofen 4 ist 87 Meter hoch und voll gepanzert bei Blechstärken bis zu 60 Millimeter. Mit seiner Tagesleistung von über 2200 Tonnen Roheisen und der zusätzlichen Einrichtung eines Gegendrucks bis zu 1,5 ATH an der Gicht zählt er zu den größten und modernsten Öfen, die gegenwärtig in Hüttenwerken der ganzen Welt betrieben werde. Bilder der Inbetriebnahme des Hochofens 4 mit einem weiten Blick einschließlich zu der neuen Bunkeranlage, die in die vorhandene eingebaut worden ist. Bei einer Länge von 78 Meter und einer Gesamtbreite von 48 Meter umfasst sie 18 Bunker für Erz und 4 Bunker für Koks. Auf dem Bild sieht man ebenfalls das Werk und Bruckhausen. Ein schöner Blick von Hochofen 4 auf die August-Thyssen-Kokerei. Beäckerwerth, das Werk im Grünen. Im September 1964 schrieb man, dass die neuen Werksanlagen unserer Hütte in Beäckerwerth vollendet sind und haben, zum Teil schon seit längerer Zeit, ihre Produktion aufgenommen. Nach dem Wiederaufbau der kriegszerstörten und demontierten Hamborner Produktionsstätten innerhalb eines knappen Jahrzehnts ist damit in nur vier Jahren, gerechnet von der Anlagenplanung bis zur Inbetriebnahme des Kaltbandwerkes, ein weiterer, ebenso bedeutsamer Investitionsabschnitt im Wesentlichen abgeschlossen. Über 800 Millionen D-Mark sind in diesen Jahren für das neue Werk aufgewandt worden. Das Oxygenstahlwerk war Ende Juni 1962 die erste Neuanlage, die in den Betrieb ging einschließlich der Sauerstoff und der Anlagen zur Energie sowie der Wasserversorgung. Es folgte die Universal-Brammenstraße mit den Tieföfen. Danach folgten die Warmbreitbandstraße und das Kaltwalzwerk. Später hinzu kam die Bandverzinkung und danach eine Bandbeschichtungsanlage. Die Anlagen des Oxygenstahlwerkes, die mit zwei von der D-Mark gelieferten Konvertern von über 200 Tonnen Fassungsvermögen ausgestattet sind, haben in fünf bis zu knapp 60 Meter hohen Hallenschiffen eine überbaute Fläche von 20.000 Quadratmeter. Der zum Werk gehörende 1600 Tonnen fassende Bamagmischer gewährleistet eine gleichmäßige Beschaffenheit des zum Einsatz gelangenden Roheisens, das von der Hochofenanlage kommt. Die Zwangsumlaufkessel lieferten die Babcockwerke, die Nassentstaubung die Firma Baumkow. Die Erfolge, die während der nun zweijährigen Betriebszeit erzielt wurden, sind beachtlich und finden bei Stahlwerkern in der ganzen Welt Anerkennung. Der größte Fortschritt, den die ATH in Beeckerwert erzielen konnte, lag in der Einführung der Meerlochdüse an der Sauerstofflanze. In zielstrebigen langwierigen Versuchen wurde eine dieser Düse entsprechende optimale Fahrweise gefunden. Die Vorteile der Meerlochdüse gegenüber der herkömmlichen Laval-Einlochdüse sind eindeutig. Sie liegen in der kurzen Blaszeit von 20 Minuten ohne Auswurferscheinung, in einem wesentlich höheren Ausbringen an guten Blöcken, in einem niedrigen Stickstoffgehalt des Stahls, sowie einem geringeren Sauerstoffverbrauch, ferner in der besseren Schlackenarbeit und einem gleichmäßigen Kohlenstoffabbrand während der Blaszeit. Gleichlaufend mit dieser Verbesserung wurde der Arbeitsablauf verfeinert. Die Zeiten der Schmelzfolge konnten verkürzt werden, so dass der Abstand von Abstich zu Abstich heute 40 Minuten betragen kann. Zusammen mit der Erhöhung der Abstichgewichte, geplant waren zunächst 180 Tonnen, abgestochen werden heute jedoch 210 Tonnen Rohstahl. Eine kleine Bemerkung von mir. Das ging wohl auch nach dem Produktionsleitsatz, wie der Oberingenieur Heinz Dieter Pflipsen vom Oxygenstallwerk Bruckhausen mir im September 1976 einmal sagte, da hauen wir einfach etwas mehr rein und geben danach noch etwas mehr dazu. Ja, so machte man Tonnen. Mit dem Bau der neuen Anlagen in Beäckerwerth war deshalb auch die Vergrößerung der eigenen Sauerstofferzeugung notwendig. Hier ein Bild der neuen Anlage. Monatlich wurden hier 9 Millionen Kubikmeter Sauerstoff aus der Luft umgewandelt. Über die Universalbrammenstraße und die Warmbreitbandstraße sage ich hier nichts mehr, da ich bereits separate Videos darüber gemacht habe. In diesen Videos wird auch die Strom- und Wasserversorgung ausführlich gezeigt. Das gleiche gilt auch für die Zeche Beäckerwerth, die auf dem Gelände stand. Das Kaltbandwerk 2 produziert breitestes Automobilblech. Der Bau eines neuen Kaltwalzwerkes von 80 Zoll Ballenbreite wurde für die ATH notwendig, weil das Kaltbandwerk 1 mit 60 Zoll Ballenbreite voll ausgelastet ist, und weil es im Kaltwalzwerk 2 möglich ist, breiteste Automobilbleche zu erzeugen, und so unser Walzprogramm um dieses wichtige Erzeugnis abzurunden. Der Aufbau des neuen Betriebes erfolgt stufenweise. Die erste Ausbaustufe, von der hier berichtet wird, ist für eine Produktion von etwa 25.000 Tonnen je Monat ausgelegt. Sie benötigt mit 54.000 Quadratmeter etwa die Hälfte der für den Endausbau erforderlichen Gesamtfläche. Die späteren Erweiterungen sind so eingeplant, dass die in Betrieb befindlichen Anlagen beim Ausbau nur wenig behindert werden. Die Vierfachdandemstraße, von der D-Mark in Zusammenarbeit mit der Firma Blavknox konstruiert, ist das Herzstück des neuen Kaltbandwerkes. Sie hat Ende April 1964 ihren Probelauf bestanden und konnte die Produktion im Juni, nach Einregulieren des elektrischen Teils, aufnehmen. Die Straße kann Feinbleche in Breiten von 750 bis 1850 mm, und in Stärken von 0,4 bis 2,75 mm Walzen. In Februar 1966 wurde eine Schwefelsäurebeize in Betrieb genommen, die für ein 2000 mm breites Band ausgelegt ist. Diese neue Beize, im mechanischen Teil von der Firma Wern d'Amiron, Paris, in amerikanischer Lizenz, und im elektrischen Teil von der Firma Rheinische Elektromaschinenfabrik Krefeld, gebaut, kann Breiten zwischen 750 und 1850 mm verarbeiten. Sie ist nach dem neuesten Stand der Technik statt mit einer Schlingengrobe vor dem Beizteil mit einem Schlaufenwagen ausgerüstet. Am Auslaufende wird das gebeizte Bandunterzug auf den Haspel-Dora aufgewickelt. Diese beiden Neuerungen werden Beschädigungen an der Bandoberfläche verringern. Das Dressiergerüst, bei der Planung der Anlagen, war ein wesentliches Problem die Aufgabe, die notwendigen Handzeiten zu verkürzen. In welcher Weise dies Problem gelöst wurde, lässt sich auch für den Außenstehenden beim Dressiergerüst leicht erkennen. Denn diesem Gerüst wurde eine Vorbereitungsstation vorangestellt, in der die Bandanfänge sauber geschnitten und gerichtet werden, so dass man dadurch im Gerüst selbst keine Zeit verliert, und das Einfädeln der Bänder erheblich beschleunigt wird. Auch das rückwärtige Bandende wird mit einer fest eingebauten Standschere abgeschnitten, so dass beim Durchfahren des Bandendes durch das Gerüst kein längerer Aufenthalt mehr entsteht. Der zeitliche Ablauf des Walzens beim neuen Dressiergerüst ist also wesentlich schneller als bei den alten Gerüsten. Auch die maximale Geschwindigkeit konnte von 900 auf 1200 Meter je Minute heraufgesetzt werden. Die Firma Sack stellte den mechanischen Teil, die Firma Siemens den elektrischen Teil des Gerüstes her. Um die Bänder auf die von den Kunden gewünschten Formate zu bringen, wurde die Zurichtung mit zwei ungere Scherenlinien von 1250 und 1850 Millimeter Breite, sowie einer Ätnerscherenanlage ausgestattet. Eine Komikspalt- und Umwickelanlage ermöglicht die Längsteilung der Bänder. Außerdem können Bänder umgewickelt, eingeült und inspiziert werden. Ein weiteres Bild aus der Werkszeitung, 125 Jahre Beeckerkirmes in August 1964 vor der ATH-Hochofenkulisse mit weißrauchenden Kühltürmen. Der erste Thyssentag gegen Ende 1964 wies den Weg in die Zukunft der Thyssen-Gruppe. Etwa 180 Mitarbeiter konnte Dr. Sohl bei Eröffnung des Thyssentages am 16. Dezember an historischer Düsseldorfer Städte, im Malkasten nämlich, begrüßen. Den Auftakt gaben Vorträge von Dr. Sohl und Dr. Michel über grundsätzliche wirtschaftliche und technische Fragen des Thyssen-Bereichs. Dr. Sohl auf dem ersten Thyssentag. Die Arbeit in der Tradition August Thyssens. Ich hoffe, dass der erste Thyssentag dazu beiträgt, auch dieses Vertrauen in die eigene Entwicklungsmöglichkeit bei uns zu stärken, und allen die innere Freude an der gemeinsamen Arbeit und Aufgabe zu geben, die die Voraussetzung für jedes erfolgreiche Wirken ist. Wir wollen stolz darauf sein, Thyssenmänner zu sein, und wir wollen uns vornehmen, gemeinsam in den kommenden Jahren eine Leistung zu vollbringen, die der der Aufbauzeit nicht nachsteht. Der Thyssentag klang aus mit Besichtigungen des Werkes Beeckerwerb der ATH, des Werkes Thyssen von Phoenix Rheinrohr in Mühlheim, sowie der Deutschen Edelstahlwerke in Krefeld. Das Bild zeigt die Begrüßung der Teilnehmer in Hamborn durch Dr. Michel in der oberen Empfangshalle von Tor 1 am großen Werksmodell, und vor der neuen Diashowand mit Bildern aus dem Betriebsablauf. Der Werkshafen Schwelgern in 1964. Das Niedrigwasser des Rheins behindert Umschlag in Schwelgern. Man schrieb damals, dass für die Jahreszeit völlig ungewöhnlich, hat der Wasserstand des Rheines in diesem Jahr bereits seit Ende Juli 1964 einen katastrophalen Tiefstand erreicht. Die Rheinschifffahrt ist dadurch in eine sehr schwierige Lage gebracht worden, da die Schiffseinheiten nur noch zur Hälfte, und teilweise noch weniger ihrer Ladefähigkeit beladen werden können. Für den Hafen Schwelgern bringt Niedrigwasser eine besonders schwierige Betriebslage. Ein gutes Jahr früher gab es ein etwas anderes Problem. Ab Mitte Januar 1963 war die gesamte Rheinschifffahrt wegen einer sibirischen Kälte für den gesamten Schiffsverkehr eingestellt worden. Dicke Eisschollen schwammen im Rhein, und machten Schifffahrten unmöglich. Auch der Hafen Schwelgern war natürlich betroffen, und war mit 79 Schiffen wochenlang überfüllt. In Oktober 1964 berichtet man, dass der Hafen Schwelgern sein Gesicht verändert. Die neue Erzumschlaganlage nahm den Betrieb auf, und der erweiterte Erzlagerplatz beginnt sich zu füllen. Die gezeigte Karte gibt einen Überblick über das Erzlager am Hafen Schwelgern, sowie die Lage der Erzbrech- und Siebanlage und der Sinteranlage 2. Der Ausbau der Hütte, insbesondere die Erweiterung des Hochofenwerks und der Neubau der Beeckerwerterbetriebe erforderten einen Ausbau des Werkshafens Schwelgern, den Bau einer leistungsfähigen Schiffsentladeanlage, und die Einrichtung eines erweiterten Erzlagerplatzes unmittelbar neben dem Hafenbecken mit einer neuen Erzbrech- und Siebanlage und einer zweiten Sinteranlage. In der vorhandenen Allsummer Sinteranlage 1 kann der Sinterbedarf nicht gedeckt werden. Der günstige Standort Schwelgern erspart die Wagontransporte für den größten Teil der zur Verarbeitung gelangenden Erze, die im Hafen eingehen. Sie können nämlich künftig kostengünstig über eine Förderbandanlage direkt von den Schiffen, oder vom unmittelbar nebenanliegenden Erzlagerplatz, sowie der Erzbrech- und Siebanlage und der Sinteranlage 2 herangebracht werden. Das Bild von der neuen Sinteranlage wurde aus der luftigen Höhe des Schornsteins gemacht. Der neue Kaminriese von Duisburg ist 150 Meter hoch. Ein markantes Wahrzeichen der neuen ATH Sinteranlage 2 am Werkshafen Schwelgern. So hoch wie die beiden Männer auf dem Bild in der Mitte dieser Seite, standen noch keine Menschen auf einem Bauwerk in Duisburg. Es sind der Kaminbauer Dams, rechts, und sein Helfer Nadolski. Nach vollendetem Werk, dem Bau des Kamins der neuen Sinteranlage 2 am Werkshafen Schwelgern, bauen sie 150 Meter hoch über der Erde das Gerüst ab, um dann selbst wie an jedem Werktag in den vergangenen elf Monaten über 600 Steigeisen abzusteigen. Die neue Sinteranlage 2 mit den Erzbrech- und Siebanlagen ging Anfang 1965 bei der ATH in Betrieb und war zu der Zeit eine der modernsten ihrer Art. In Dezember 1964 berichtete man, dass der ATH der Kampf gegen den braunen Rauch viele Millionen kostet. Wenn der Konverter in Thomaswerk bläst, schlägt feurige Lohr aus dem Kamin. Während ein Abfangen des braunen Rauches in den Thomaswerken schwierig ist, linkes Bild, ist dieses Problem im neuen Oxygenstahlwerk der ATH in Beäckerwert gelöst. Nur eine Dampfwolke entweicht dem Kamin. Man berichtete, dass der Anteil des Thomasstahls rückläufig sei, und dass die Entwicklung zu mehr sauberen Oxygenstahl sein wird. Anfang 1965 zeigte man uns, wie ich meine zwei beeindruckende Bilder eines aus der Guckerei August Thyssen, das uns die Arbeit vor dem Schließen eines Fülllochs zeigt. Das andere Bild zeigt uns die Rohre und Räder während eines Blickes auf die Hochöfen der August-Thyssen-Hütte. Das neue Gesundheitszentrum. Der Gesundheit aller Mitarbeiter in den Werken Bruckhausen und Beäckerwert, und im Hochofenberg Hamborn der ATH, des Gemeinschaftsbetriebes Eisenbahn und Häfen, der rheinische Siporex GmbH und der Thyssen-Industrie GmbH dient dieses Haus an der Kaiser-Wilhelm-Straße, das der werksärztliche Dienst in den nächsten Monaten beziehen kann. Sozusagen als Weihnachtsgeschenk wird das Gesundheitszentrum um die Jahreswende 1995 fertig, und dem leitenden Werksarzt, Dr. Niemann, übergeben werden können. Der Bericht in Februar 1965 informierte uns, dass das Gelände der alten Schachtanlage, ist jetzt in ATH-Besitz übergegangen. Die Fördertürme fielen in Beäckerwert. Ebenfalls anfangs 1965 zeigte die Werkszeitung uns das Schnelllabor Beäckerwert. Dieses Labor gibt in wenigen Minuten Stahlanalyse Produktionskontrolle für das Oxygenstahlwerk Beäckerwert. Direkt am Oxygenstahlwerk 2 gezeigt hier mit dem Bild und eine entsprechende kleine Erläuterung aus dem Jahr 1965 dazu. Nachdem ich hier im Video über das Werk Beäckerwert unserer Hütte, und über einzelnen Betriebe berichtet habe, sei nachstehend eine Stille, aber für das Gelingen des Ganzen nicht wegzudenkende Kontrollstelle hier kurz vorgestellt, das Schnelllabor Beäckerwert. Nachdem der kleine Probeblock geschnitten ist, erhält die Schnittfläche des einen Stückes einen Planschliff, der für die Schnellanalyse am Spektrometer erforderlich ist. Die Schlifffläche, in der linken Darstellung rechts, wird einem Lichtbogen ausgesetzt, dessen Licht in der Spektrometeranlage zerlegt wird. In einer komplizierten Anlage, rechts, werden die zerlegten Strahlen des Lichtbogens ausgewertet. Sie überträgt die Werte entsprechend der in der Probe enthaltenen Elemente auf einen Schreiber, linkes Bild. Das so erzielte Resultat wird mit einem Fahnschreiber direkt zum Oxygenstallwerk weitergegeben. Als Ergänzung zur Spektrometeranalyse gibt es ein chemisch-analytisches Laboratorium in Beäckerwert, das nach dem klassischen mehr zeitaufwendigen Analysenverfahren, aber mit wesentlich genaueren Messwerten die Analysen der automatischen Anlage kontrolliert. Im März 1965 ehrte die ATH 165 Jubilare des Jahres 1964 in der traditionellen Jubilarenfeier in der Duisburger Markatorhalle. Ein modernes Stahlrelief schmückt die Feuerwache, die nahe an der Thyssenbrücke lokalisiert ist. Dieses Bild zeigte man uns im April 1965. Ebenfalls im April 1965 folgte der Bericht des Vorstandes, ein ereignisreiches, und alles in allem zufriedenstellendes Jahr liegt hinter uns, so beginnt der Vorstand seinen Bericht, der sich zunächst mit der Entwicklung der gesamten Thyssen-Gruppe im Geschäftsjahr 1963-64 befasst. Darüber hinaus setzte es den Schlusspunkt unter zwölf Aufbaujahre, in denen die ATH zur Kerngesellschaft der heutigen Thyssen-Gruppe entwickelt wurde. Mein Kommentar. Es war noch lange nicht der Schlusspunkt. Das Bild hier zeigt die neue Beäckerwerter-Bandverzinkungsanlage der ATH vor Aufnahme der Produktion. Die zu verarbeitende Blechbreite wurde hier in der zweiten Verzinkungsanlage auf 1530 mm vergrößert. Der Ofen war 157 Meter lang. Die Verzinkungsmaschine selbst wurde unter Verwertung der Erfahrungen der ATH aus einer sechsjährigen Betriebszeit der ersten Verzinkungsanlage an entscheidenden Stellen nach eigenen Ideen verbessert. Schließlich wurden weitere besondere Einrichtungen in die Anlage eingebaut, um den wachsenden Anforderungen des Marktes an die Ebenheit und Knickfreiheit des Materials gerecht zu werden, und auch in dieser Hinsicht ein Spitzenerzeugnis zu garantieren. Ich muss hier informativ hinzufügen, dass mir die Beäckerwerter-Bandverzinkung mit der automatischen Bandschweißmaschine gut bekannt war. Warum? Wenn Bänder mit einer 2 mm Wanddicke verzinkt wurden mussten wir Schweißer zusätzlich per Hand eine Schweißdecklage auf die automatische geschweißten Naht drauflegen, da die automatische Schweißmaschine diese 2 mm Wanddicke nur unzureichend schweißen konnte, und die Gefahr eines Bandabrisses während des Verzinkungsdurchlaufes bestand. Wir Schweißer waren zu zweit und sprangen mit unserem Schweißkabel auf das Band nachdem die automatische Maschine geschweißt hatte und hatten nur kurze Zeit um unsere Arbeit zu machen bevor der Schlingenwagen der die Bandschlinge steuert ausgelaufen war. Wir sprangen dann schnell von dem Band wieder runter. Nachdem ein Keul durchgelaufen war ging das Ganze wieder von vorne los. Wir Schweißer dachten immer hoffentlich reißt das Band nicht. Ist aber nicht passiert. Wir hatten gut geschweißt. Nochmals zeigte man uns im April 1965 einige Bilder vom Werk Beäckerwerth und schrieb ein Werk im Grünen wurde Wirklichkeit. Man informierte uns, dass das Werk Beäckerwerth ein Filmstar war. Ein neuer ATH-Film Nur der Nebel ist grau erlebte bei der Hauptversammlung am 14. Mai 1965 seine Uraufführung. Fast 2500 Aktionäre und Gäste waren zur elften ordentlichen Hauptversammlung der ATH am 14. Mai 1965 in die Kongresshalle nach Düsseldorf gekommen. Sie erhielten einen ausführlichen Bericht über eines der ereignisreichsten Jahre in der Geschichte der Gesellschaft. Zum ersten Mal bei einer ATH-Hauptversammlung stimmten die Aktionäre mit Lochkarten ab. Nach Ende der Hauptversammlung gab es für die Aktionäre an einem Buffet Erfrischungen. In Juni 1995 zeigte man uns einen interessanten Blick aus dem Werksgelände auf das neue ATH-Verwaltungsgebäude in Bruckhausen. Das Motorschiff Anita Thyssen brachte der ATH das erste Erz aus Liberia. Der Staatspräsident Tupman ging in Monrovia an Bord des Erzfrachters. Im November 1965 schrieb man gemeinsam in die Zukunft. Die Aufsichtsräte der Phoenix Rheinrohr AG und der August Thyssenhütte AG haben Ende August 1965 dem Betriebsüberlassungsvertrag zugestimmt, durch den die ATH die bisherigen Phoenix Werke Rohroth und den Hüttenbetrieb Meiderich nun übernommen hatte. Das Werk Rohroth ist eines der ältesten Unternehmen im Bereich der Stahlindustrie im Duisburger Raum. Seine Anfänge gehen auf die Firma Phoenix, anonyme Gesellschaft für Bergbau und Hüttenbetriebe, Sitz in Eschweiler Aue, zurück, die am 10. November 1852 gegründet wurde. Schon den Gründern schwebte ein gemischter Betrieb vor, eine damals ganz neue Idee die noch heute, mehr als 100 Jahre später, ebenso zeitgemäß ist. Der ATH-Vorstand schrieb unter anderem, alle Mitarbeiter der Werke Rohroth und Hüttenbetrieb möchten wir im Kreis der ATH-Belegschaft herzlich willkommen heißen. Mit dem neuen Verbund lebt eine alte und bewährte Werksgemeinschaft wieder auf, die sich im menschlichen Bereich ohnehin weitgehend erhalten hatte. Zählen doch heute noch viele alte Hamborner zu den Belegschaften in Rohroth und Hüttenbetrieb, wie umgekehrt so manche Mitarbeiter in Hamborn und Beeckerwerb die beiden anderen Werke aus früheren Zeiten her wie ihre Westentasche kennen. Das ist eine gute Basis für unsere gemeinsame Arbeit. Hier ist eine Luftaufnahme von Rohroth, La und Maida ich mit Blick auf die Werke Rohroth im Zentrum der Aufnahme und Hüttenbetrieb, am linken Bildrand oben. Deutlich ist die Lage der einzelnen Betriebe zu erkennen. Neben der Rohrothumberger Brücke das Hochdruckkraftwerk, darüber die Stahl- und Walzwerke mit den Hochöfen des Rohrothwerkes, in der Mitte der Nordhafen, links am Rande die Sinteranlage, und darüber das Werk Hüttenbetrieb. Ein seltenes Bild das das Arbeiten der Massegießmaschine im Werk Hüttenbetrieb zeigt. Mit Wirkung vom 1. Oktober 1965 war Herr Peter Schmidt, der bis dann dem Vorstand von Phoenix Rheinrohr angehörte, als Mitglied in den ATH-Vorstand berufen worden. Für die beiden Werke Rohroth und dem Hochofenwerk Hüttenbetrieb ist er als Arbeitsdirektor zuständig. Große Investitionen zur Entstaubung für die Zukunft, bestehen eine Reihe von Planungen, um die Werke noch leistungsfähiger zu machen. So werden ab Frühjahr 1966, nach der Inbetriebnahme des neuen LD-Konverters, in Rohroth, die drei bodenblasenden Konverter nacheinander entstaubt. Im Walzwerksbereich sind Bauprogramme in Arbeit, die eine kostengünstigere Produktion ermöglichen, so an der Halbzeugstraße 1, an der Straße 3, und an der Kontistraße 1. Auf dem Gelände des Schlackenberges Lahr entsteht eine große Bearbeitungshalle für den im Werk Rohroth erzeugten Röhrenstahl. Sie wird moderne Richt-, Flemm- und Zerteilanlagen erhalten, und soll im kommenden Frühjahr in Betrieb gehen. Das Gelände des Schlackenberges war groß streckte sich in Lahr von der Thomasstraße bis zu den alten Bunkern in Beek, und bis zur Steppische Straße. Als Kind war dieser Schlackenberg für mich einfach faszinierend. Es gab auch ein paar raue Kerle, die dort nach Eisen suchten, und sich da ein paar Mark zu verdienen. Auch noch gut zu sehen in der Mitte des Bildes, ist die alte Erzhochbahn, die sich damals durch Lahr schlängelte. An Tor 8 begann inzwischen der Neubau eines Laboratoriums. Er war erforderlich, um alle Vorarbeiten erfüllen zu können, die mit der weiteren Verbesserung von Arbeitsweise und Produktion zusammenhängen. Ein anderes großes Bauprojekt ist die Erweiterung der Sauerstoffanlage. Die neue Einheit wird doppelt so groß sein wie die größte bisher in Rohroth gebaute. Mit ihrer Inbetriebnahme kann für Anfang 1967 gerechnet werden. Die Sorge um den Menschen parallel zur technischen Entwicklung lief auch eine intensive soziale Betreuung der Belegschaft. 460 neue Parkplätze für die Belegschaft in Rohroth und im Hochofenwerk Hüttenbetrieb wurden angelegt. In allen Teilen der Werke Rohroth und Hüttenbetrieb entstanden moderne Sozialgebäude. Sie entsprechen nicht nur den neuzeitlichen Anforderungen der Hygiene, sondern wurden auch mit interessanten architektonischen Akzenten versehen. Eine ganz besondere Lösung fand man an der neuen Sinteranlage auf dem Schlackenberg Düppel. Hier wurde eine zweistöckige Waschkauer rund um den 120 Meter hohen Kamin gebaut. Siehe hierzu auch mein Video die alte Sinteranlage. Zusätzlich zeigte man uns ein interessantes Stahlwerksbild und gab es den Titel im Elektrostahlwerk in Rohroth. Wie hier im Bild zu sehen ist hatte man im Werk Rohroth auch eine Thomas Schlackenmühle. Das Bild zeigt das Schlackenkippen aus einer Pfanne in das Schlackenbett. Hierzu wurde ein Spezialradfahrzeug verwendet. Außerdem mit der Verschmelzung von Phoenix Rheinrohr und der ATH gelangten der Schacht und die Kuckerei Westende in den ATH-Bereich. Der Schacht und die Kuckerei verblieben zunächst aber bei der Friedrich-Thyssen-Bergbau AG. Der Schacht Westende wurde Mitte 1968 stillgelegt. Die Kuckerei Westende lief weiter und kam jedoch im Zuge der Gründung der Rohrkohle AG 1970 zur ATH und war nun wieder eine Hüttenkuckerei. Siehe hierzu auch das Bild der Stammbaum der Zeche Westende. Während sich die hohen Herren des ATH-Vorstandes Gedanken über den weiteren Ausbau und die Erhöhung der Stahlproduktion machten Foren. Wir vergnügt Riesenrad auf der Beecker Kirmes. Die Entwicklung der Belegschaft gemäß des Stands vom 30. September 1965. Der Thyssen-Konzern hatte über 94.000 Mitarbeiter. Zu den Belegschaften der Gruppenunternehmen zählten am Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres 94.207 Mitarbeiter. Eine Aufgliederung nach den einzelnen Unternehmensbereichen gibt die folgende Übersicht. Wie man aus der Tabelle entnehmen kann hatte die neu zum Konzern gekommene Phoenix Rhein-Rohr mit 37.013 Mitarbeitern den größten Anteil. In Dezember 1965 berichtet man unter anderem, dass die Hamborner Lehrwerkstatt erweitert wurde. Die August-Thyssen-Hütte verfügt nach der Übernahme des Werkes Rohroth und des Hochofenwerks Hüttenbetrieb über zwei Lehrwerkstätten zur Ausbildung des technischen und gewerblichen Nachwuchses. Die Hamborner Lehrwerkstatt betreut zurzeit 420 Lehrlinge. Ostern 1966 werden 130 Lehrlinge aufgenommen, so dass die Gesamtzahl dort 435 erreichen wird. Meine Anmerkung in Ostern 1966 war ich auch dabei. Siehe hierzu mein Video die alte Lehrwerkstatt. Im Februar 1966 präsentierte man die Konzernbilanz des Vorjahres der Thyssen-Gruppe und sagte das. Der Bericht des Vorstandes beginnt in diesem Jahr mit der Feststellung, dass das Geschäftsjahr 1964-1965 im Ganzen gesehen unsere Erwartungen hinsichtlich Produktion, Umsatz und Ergebnis erfüllt hat. Erläuternd wird hierzu im Geschäftsbericht aufgeführt, dass sich die aufsteigende Entwicklung des vorangegangenen Geschäftsjahres 1963-1964 im Berichtsjahr nicht fortgesetzt habe, sondern dass vielmehr nach einem guten ersten Halbjahr eine zunehmende Verschlechterung der Ergebnislage in der zweiten Hälfte des Berichtsjahres eingetreten sei. Ungeachtet aller erschwerenden Momente, die zu dieser Verschlechterung geführt haben, ist es aber dank der hohen Auslastung der Anlagen noch gelungen, in der Thyssen-Gruppe ein Ergebnis zu erwirtschaften, das sich etwa auf der Höhe des Vorjahres hält. Hier die Grafik zeigt die Entwicklung der Roheisen-, Rohstahl- und Walzstahlerzeugung der Thyssen-Gruppe von 1960 bis 1965. Die Walzstahlerzeugung stieg auf monatsdurchschnittlich 326.000 Tonnen. Die Zuwachsrate von 20% resultiert im Wesentlichen aus der starken Produktionssteigerung im Flachstahlbereich, die überwiegend mit unseren größeren Lohnwalzverpflichtungen zusammenhängt. Steigerungen ergaben sich auch bei Halbzeug zum Verkauf und bei Breitflanschträgern, während im übrigen Profilbereich die Erzeugung unverändert oder leicht rückläufig war. Man berichtete, dass im Februar 1966 in Bruckhausen das noch aus den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg stammende Siemens-Martinstahlwerk II stillgelegt wurde. Zusätzlich berichtete man, dass die letzten Kamine des SM-Werkes II in Rohroth fielen. Über 10 Millionen Tonnen Rohstahl wurden hier in einem halben Jahrhundert erzeugt. Wer von der Bahnlinie Maida-Ich-Süd nach Rohroth zu dem Rohrother Werk hinüberblickte, sah bis vor kurzem neben dem Blasstahlwerk IV etwa 50 Meter hohe Kamine. Seit einigen Monaten sind sie verschwunden. Am 15. und 16. April 1966 wurden die beiden letzten gesprengt. Sie gehörten zur Generatorenanlage des Siemens-Martin-Werkes II, ein Werk, das fast auf den Tag genau 50 Jahre lang gearbeitet und in dieser Zeit rund 10 Millionen Tonnen Rohstahl erschmolzen hat. Als Kind, wenn wir mit der Eisenbahn von Rohroth Bahnhof nach Essen fuhren, war es immer ein spannender Augenblick für mich das Stahlwerk, was damals noch in Betrieb war, zu sehen. Hier dreht sich alles um die Schiene wie man im März 1966 berichtete. Enge Beziehungen pflegt die ATH seit Jahren zur Deutschen Bundesbahn, denn unser Werk gehört zu den bedeutendsten Schienenproduzenten der Bundesrepublik. Allein im letzten Geschäftsjahr wurden an deutsche und ausländische Bezieher nahezu 100.000 Tonnen Oberbaumaterial aller Art, vor allem schwere Schienen geliefert. Es ist also nicht verwunderlich, wenn unsere Gesellschaft häufig Herren der Bundesbahn zur Besichtigung unserer Anlagen zu Gast sieht. Vor kurzem kamen 40 Inspektorenanwärter des Bundesbahnleerzuges Kassel nach Hamborn, um an Ort und Stelle zu erleben, wie Schienen gewalzt, geprüft und abgenommen werden. Diese jungen Männer, meist Handwerker, machen eine gründliche Ausbildung durch, bevor sie als Inspektoren bei der Bundesbahn angestellt werden. Die Bilder zeigten einige Stationen des Rundgangs, und zwar beim dem Ein- und Auslauf an der Walzenstraße. Danach an der Errichtmaschine. Besondere Beachtung fand die Qualitätskontrolle mithilfe von Ultraschall. Bei der Besichtigung des Lagers, wo gerade ein Paket Schienen abgenommen worden war, schaute man interessiert zu. Man beglückwünschte 50-jährige Jubilare wie hier in der Werkszeitung Ausgabe April 1966. Der Bundespräsident Dr. Lübcke besuchte auf seinem Rundgang am 4. Mai 1966 dem Eröffnungstag der Hannover Messe auch die Thyssen-Gruppe. Das Bild zeigt den Bundespräsidenten im Gespräch mit Dr. Sohl und Dr. Momsen. Zu den Besuchern von Haus Thyssenstahl gehörten auch Bundeskanzler Prof. Erhard. Der Prof. Ludwig Erhard, der Mann mit der Zigarre, der auch jahrelang Wirtschaftsminister war, war damals eine politische Kultfigur in unserer so fortschrittlichen Bundesrepublik Deutschland. Hohen Besuch hatte am 16. Mai 1966 das Werk Rohrort. Der Arbeits- und Sozialminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Konrad Grundmann, war mit seinem Mitarbeiterstab zugegen, als einer der drei bodenblasenden Konverter des Rohrorter Blasstahlwerks seine letzte Charge blies. Im August 1966, seit kurzem verfügt die ATH in Hamburg über einen Unfallwagen, der in seiner Art anderwärts noch nicht sehr häufig im Einsatz ist. Er stellt eine wichtige Ergänzung zu den bereits seit Jahren vorhandenen zwei Krankenwagen dar. Welch wahre Worte, junge Menschen erhalten in der Werkschule und den Lehrwerkstätten unserer Hütte eine gute fachliche Ausbildung. Das gezeigte Bild war hier die Titelseite der Werkszeitung Ausgabe September 1966. Ein weiteres Bild zeigte uns, die neuen Lehrlinge aus dem Jahrgang April 1966 nahe am Siemens-Martin-Stahlwerk 1. Im November 1966 berichtete man über den modernisierten Rohrorter-Hochofen 7, und sagte folgendes. Den zukünftigen vordringlichen Forderungen nach geringeren Kosten und einer gleichmäßigen Güte des erzeugten Roheisens, können nur Hochöfen gerecht werden, die mit ihren Einrichtungen einen niedrigen spezifischen Koksverbrauch, Hohofenleistungen und einen weitgehend störungsfreien Ofenbetrieb gewährleisten. Diesen drei Zielen galt auch das Hauptaugenmerk bei den Überlegungen für den Umbau des Hochofens 7 in unserem Werk Rohrort. Ein Blick in die zentrale Messwarte, von hier aus erfolgt die Überwachung des Hochofens 7. Die Anzeigetafel im Bild links unten in der zentralen Messwarte gibt einen Überblick über die Möllerung und Begichtung von Hochofen 7. Rechts unten im Bild. Von diesem Raum aus wird mit Hilfe eines Elektronenrechners der Hochofenprozess gesteuert. Die Zeichnung zeigt den Querschnitt durch den oberen Teil des Hochofens mit der Gicht. Durch einen Gichtverschluss mit doppelter Glocke und Trichter-Drehwerk wird der Möller in den Hochofenschacht geschüttet. Eine Messsonde, im unteren Teil der Zeichnung, Misszusammensetzung und Temperatur der Hochofengase. Nach ihren Ergebnissen kann man den Durchmesser des beweglichen Schlackenpanzers verändern. Max ging im Oktober 1966 in Pension. Das letzte Pferd in der Eisen- und Stahlindustrie frisst jetzt sein Gnadenbrot. Jetzt ist es mit der viel gerühmten guten alten Zeit endgültig vorbei. Ein gewichtiges Kopfnicken scheint diese Feststellung zu unterstreichen. Anlass für diesen wie ein Gemeinplatz klingenden Satz war ein etwas ungewöhnliches Interview mit einem Pensionär unseres Werkes Hüttenbetrieb. Allerdings erhält er keine Pension im landläufigen Sinne. In seiner Sprache heißt es Gnadenbrot. Ein buntes Bild aus der Werkszeitung November 1966. Abschluss der 250-Jahr-Feier der Duisburger Häfen war ein großes Feuerwerk, das an der Rohrmündung vor der Rohrothumberger Brücke abgebrannt wurde. Auch das Kraftwerk Rohroth der ATH erstrahlte dabei in hellem Licht. Im Heft Dezember 1966 informierte uns man, dass in 75 Jahren 90 Millionen Tonnen Stahl bei der ATH erzeugt wurden. Es war das 75-jährige Bestehen der Hütte, und man zeigte uns August Thyssen und sein Werk. In den 75 Jahren seit der Erschmelzung der ersten Chargeroh-Stahl am 17. Dezember 1891 hat die August-Thyssen-Hütte in Hamburg insgesamt rund 90 Millionen Tonnen Rohrstahl erzeugt. Die Stahlerzeugung stoppte nach dem Zweiten Weltkrieg. Es war ein steiler Anstieg der Stahlproduktion nach der Wiederaufnahme der Produktion in 1951. Hier ein Blick auf zwei Bildern von August Thyssen und in sein Arbeitszimmer auf Schloss Landsberg. An der Wand das von Professor Samberger geschaffene Porträt Thyssens. Am 4. April 1926, am Morgen des Ostertages, schloss August Thyssen auf Landsberg die Augen für immer. August Thyssen starb kurz vor seinem 84. Geburtstag. Die hier eingefügte Karte zeigt den großen Felderbesitz von August Thyssen am Niederrhein aus dem Jahr 1913. Am 21. Juli 1924 begleitete August Thyssen auf seiner letzten groben Fahrt, er war bereits über 82 Jahre alt, den damaligen Kölner Oberbürgermeister und Präsidenten des preußischen Staatsrats Konrad Adenauer, als dieser mit seiner Frau die Schachtanlage Lohberg besuchte, unter Tage. Das Bild zeigt, sitzend von links, August Thyssen, Frau Adenauer, Konrad Adenauer, Direktor Lenze, stehend Direktor Momertz, und, links, Direktor Giebels. Durch dieses alte Tor 1 der Hütte an der Kaiser Wilhelmstraße ging die Belegschaft bis 1962 ins Werk. Hier ist, wie ich meine, ein interessanter historischer Bildervergleich mit dem Blick aus Beeg auf die Hütte um das Jahr 1920 und aus dem Jahr 1965. Der letztere Blick aus 1965 war mir bestens bekannt. Die Entwicklung der Hochöfen. Die Hochöfen 1 und 3 in Bruckhausen wurden in den Jahren 1897 bis 1898 angeblasen. Die erste Aufnahme, die aus der Zeit vor der Jahrhundertwende stammt, zeigt deutlich die alte Form der Hochbahn, auf der Erz und Zuschläge vom Hafen Alsum, sowie Cooks herangebracht wurde. Die Bahn stand auf mächtigen Betonklützen. Damals besaßen die Öfen, wie das zweite Bild hier zeigt, lediglich Vertikalaufzüge. Ende des ersten Jahrzehnts begann man, die Hochöfen mit Schrägaufzügen zu versehen. Auf dem Bild ist Hochofen 1, ganz links, bereits ganz umgebaut. Der rechte Hochofen, der als größter deutscher Hochofen eine Tagesdurchschnittsleistung von fast 650 Tonnen erzielte, war 1912 noch im Bau. Das anschließende schöne Bild hier zeigt die sieben Hochöfen aus dem Jahre 1924, inzwischen sämtlich mit Schrägaufzügen versehen. Auch das Aussehen der Hochbahn hat sich total geändert. Das erste Hauptbüro der Gewerkschaft Deutscher Kaiser wurde in einer alten evangelischen Volksschule in der Nähe der Thyssenbrücke eingerichtet. Es war eine Verwaltung mit 30 Beamten. In den Jahren 1903 bis 1904 wurde dann an der Kaiser Wilhelmstraße eine neue Hauptverwaltung für Bruckhausen errichtet. Das Gebäude wird heute noch neben des in 1963 fertiggestellten Hochhauses der neuen Hauptverwaltung benutzt. Im Heft 1 von Januar 1967 zeigte man uns eine beeindruckende Farbaufnahme des Abkippens von Schlacke im Werk Beäckerwerth. Zu dieser Zeit war natürlich die alte Thomas Schlackenmühle noch im Betrieb. Im Januar 1967 sagt man uns, dass hier vier Millionen Wäschestücke jährlich gereinigt werden. Die Außenansicht der Wäscherei. Der Waschbetrieb der ATH hat eine lange Geschichte und besteht seit dem 1. Mai 1905. Seit 1964 hatte man ein neues Gebäude in Alsum. Im neuen Waschbetrieb herrscht ständig ein emsiger Hochbetrieb, da das Waschprogramm einen gleichmäßigen Arbeitsrhythmus erfordert. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass jedes Wäschestück fünf bis zehn Mal in die Hand genommen werden muss. Bei Arbeitsanzügen wird eine Taschenkontrolle durchgeführt. Denn immer wieder werden in den Jacken und Hosen der Arbeitsanzüge Gegenstände gefunden. Hier im Bild ist die große Waschmaschine mit Schleuder und Heißmangel. Das Personal und die Geräte mussten immer harte Arbeit leisten, um uns mit sauberer Arbeitskleidung zu versorgen. Ich muss dazu sagen, dass unsere Arbeitskleidung, die wir im Reparaturbetrieb vier trugen, besonders mit meist schwarzen Fett und braunen Staub verschmutzt war. In den Verkehrssicherheitstagen 1967 sagte man, dass Vorsicht und Rücksicht Sicherheit ergibt. Man sagte ebenfalls, dass die Lokführer des Gemeinschaftsbetriebs Eisenbahn und Häfen auf unserer Werksbahn eine verantwortungsvolle Aufgabe haben. Die 13. ordentliche Hauptversammlung der ATH fand am 20. April 1967 erstmals wieder in der Duisburger Markatorhalle statt, nachdem man in den beiden letzten Jahren wegen der ungewöhnlich starken Teilnahme der Aktionäre das Gastrecht der Stadt Düsseldorf hatte in Anspruch nehmen müssen. Kurz nach 10 Uhr konnte der Aufsichtsrat-Vorsitzende, Dr. Kurt Birrenbach, die Hauptversammlung eröffnen, und die Aktionäre, sowie die etwa 500 Gäste herzlich willkommen heißen. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Sohl sagte vor der Hauptversammlung, dass der Jahresabschluss 1965-66 ein schwieriges Geschäftsjahr bei der ATH war aber, dass man trotz schwieriger Zeiten zuversichtlich ist. Am 2. Mai 1967 besuchte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Heinz Kühn die ATH. Er wurde vom Vorstandsvorsitzenden Dr. Sohl, den Arbeitsdirektoren Döse und Schmidt und dem Vorsitzenden des Hamborner Betriebsrats Judith willkommen geheißen. In seiner Begrüßung bei seiner Fahrt, die teilweise vom Regen etwas getrübt war, rollte der Zug durch die Thyssenbrücke und an den Hamborner Hochöfen vorbei nach Beeckewerth, deren Anlagen er auf der Ringschleife umrundete, um das Werk dann in Richtung Dienstlaken zu verlassen. Hier nun kurz etwas Soziales was berichtet wurde. Mit dem Reisebus Weltenbummler fuhren 21 Hamborner Hüttenmänner, teilweise auch von ihren Ehefrauen und Kindern begleitet, am 8. Mai 1967 zur ersten diesjährigen Erholung in den Schwarzwald. Diese seit zehn Jahren von der Sozialabteilung der drei Hamborner Werke durchgeführte Aktion hat seit 1965 Oberamersbach im Schwarzwald zum Ziel. Ein weiterer sehr hoher Besuch erfolgte kurz danach. Der Schar von Persien kam am 30. Mai 1967 zur ATH. An diesem Tag waren die neue und alte Hauptverwaltung, sowie andere ATH-Gebäude mit den Fahnen des Iran, der Bundesrepublik, des Landes Nordrhein-Westfalen und der Stadt Duisburg festlich geschmückt. Dr. Sohl empfing den hohen Gast, als dieser mit der bei Staatsbesuchen üblichen Ehreneskorte der Polizei, deren Aufgebot sich im Übrigen in Grenzen hielt, vor der Hauptverwaltung vorfuhr. Im großen Sitzungssaal stellte Dr. Sohl dem Schar in Anwesenheit von Presse, Funk und Fernsehen leitende Herren der Thyssen-Gruppe vor. In seiner Begrüßungsansprache wies Dr. Sohl auf den bedeutenden Beitrag der Thyssen-Gruppe zur wirtschaftlichen und industriellen Entwicklung Irans hin. Das gelte besonders für die Beteiligung am iranischen Erdöl-Raffinerie-Projekt mit vier Millionen Tonnen Kapazität, sowie beim Bau der transiranischen Erdgasleitung, die einen Auftragswert von jeweils rund 260 Millionen D-Mark haben. Nach seinem Trinkspruch auf den Schar überreichte Dr. Sohl als Geschenk der Hütte die Nymphenburger Porzellan-Gruppe Bergmanns Kapelle und bat den Schar, sich in das Gästebuch einzutragen. Dann begann eine insgesamt zehn Kilometer lange Rundfahrt der Wagenkolonne über Tor 3 und mitten durch das Hamborner Hüttengelände und besichtigte das Oxygenstahlwerk in Beekerwerth. Der Schar von Persien trug dabei einen vergoldeten Schutzhelm, den er von den Vorstandsvorsitzenden Dr. Sohl der ATH zuvor bekommen hatte. Der neue Thyssenbaustahl HSBSD wurde hier verwendet. Das teilte man uns im August 1967 mit. Zu den größten Brückenbauten Europas nach dem Zweiten Weltkrieg zählt die Ruhrtalbrücke bei Mintat. Sie dient ausschließlich dem Kraftfahrzeugschnellverkehr. Im Werk Mühlheim von Thyssenrohr wurden die einzelnen 18 Meter langen Schlüsse montiert. Insgesamt 100 solcher Stahlholkästen wurden an der Baustelle zu der in 65 Meter Höhe das Ruhrtal überquerenden Brücke zusammengefügt. September 1967, das Oxygenstahlwerk Ruhrort mit dem neuen umgerüsteten und entstaubten Konverter nach dem Sauerstoffaufblasverfahren. Es handelt sich hier um einen 90 Tonnen OLP-Konverter. Nach einer Bauzeit von knapp anderthalb Jahren ging im Ruhrorter Blasstahlwerk der erste umgerüstete Thomas-Stahl-Konverter in Betrieb. Das Bild zeigt die schematische Darstellung eines Thomas-Konverters, links, und eines nach dem Sauerstoffaufblasverfahren arbeitenden Konverters, rechts. Die technischen Angaben zum 90 Tonnen OLP-Konverter sind ebenfalls hier gezeigt. Alter Raddampfer sah Thyssen-Einkäufer bei fröhlicher Niederrheinfahrt nach Xanten. Auf Einladung von Prof. Dr. Cordes trafen sich die Mitglieder des Einkäuferkreises der Thyssen-Gruppe am 2. September 1967 mit ihren Damen zu einer Kaffeefahrt auf dem Niederrhein. Dem Einkäuferkreis, der bereits seit zehn Jahren besteht, gehören die leitenden Angestellten der Einkaufsabteilungen der ATH und ihrer Tochtergesellschaften an. Das Hüttenwerk-Oberhausen kommt zur Thyssen-Gruppe. Nach längeren Verhandlungen haben die August-Thyssen-Hütte AG und die Hüttenwerk-Oberhausen AG beschlossen, sich zusammenzuschließen. Diese am 8. September 1967 bekanntgegebene Nachricht hat in der deutschen und internationalen Öffentlichkeit große Beachtung gefunden. Im November 1967 genehmigte der Aufsichtsrat Investitionen in Höhe von über 200 Millionen DM für ein neues Oxygenstahlwerk in Bruckhausen und eine Stranggussanlage für Rohroth. Die Energiewirtschaft der Thyssen-Gruppe im Dezember 1967. Die Verwendung der Energieträger zur Erzeugung von Arbeit, von Wärme, Licht und Reduktionsarbeit hat in unserer technisierten Welt im Laufe des letzten Jahrhunderts immer mehr an Bedeutung gewonnen. In den Hüttenwerken der ATH und in den anderen Werken der Thyssen-Gruppe wird Energie in vielfältiger Form eingesetzt, die Primärenergiekohle, Öl und Erdgas, Sekundärenergie wie Koks und Gichtgas, Dampf, elektrischer Strom und Wasser, schließlich indirekte Energie wie Sauerstoff, Stickstoff und Pressluft, sowie Hochofen und Stahlwerkswind. Das Bild zeigt den Auslauf der fünffach Tandemstraße im Kaltwalzwerk Beäckerwerth im Januar 1968. Hier verlassen Qualitätsfeinbleche das letzte schwere Walzgerüst. Im Hafen Schwelgern bei Nacht, im Hintergrund die Erzbrech- und Siebanlage, sowie die Sinteranlage, deren 150 Meter hoher Schornstein der Nachts zur Sicherung des Luftverkehrs in drei Etagen eine weithin sichtbare Beleuchtung trägt. Das Bild aus Februar 1968 gibt uns einen Blick in einen Arbeitsraum des in Betrieb genommenen neuen chemischen Laboratoriums im Werk Rohroth. Die Forschung und Produktentwicklung ist ein enorm wichtiger Bestandteil eines Stahlwerkes. Zu dem nächsten Bild aus der gleichen Zeit sagte man uns, dass die Berufsausbildung in der Stahlindustrie die Zukunft sichert, und man erklärt weiter, dass er heute als kaufmännischer Lehrling noch die Schulbank in der Berufs- und Werksschule drückt, und muss dabei manch knifflige Rechenaufgabe lösen, morgen schon kann er im beruflichen Einsatz etwa in der Datenverarbeitung vor Probleme gestellt sein, die er ohne eine gute Ausbildung nicht bewältigen kann. Die Werksanlagen in Beäckerwerth wurden um eine neue Kokillenhalle erweitert, die neben der Tiefhofenanlage liegt. Sie entlastet die Gießhalle des Oxygenstahlwerkes, und schafft auch einen weiteren Platz zum Strippen der Rohbrammen. Hierzu wurde ein 90-Tonnen-Stripperkran im Oxygenstahlwerk Beäckerwerth in große Sektionen demontiert, und nach Umbau neu eingebaut. Nach einem schwachen Beginn brachte das Geschäftsjahr 1966-67 der August-Thyssen-Hütte noch eine gute Gesamtbeschäftigung, die sich positiv auf die Ertragsentwicklung auswirkte. Vermehrte Vormateriallieferungen an andere Konzerngesellschaften, beträchtlich ausgedehnte Exportgeschäfte in der zweiten Jahreshälfte und zusätzliche Lohnwalzmengen ermöglichten eine hohe Gesamtproduktion, wenn auch die Erzeugung mancher Produkte durch die inländische Marktschwäche stark rückläufig war. Bei der täglichen Erörterung der Produktionsplanung für eine Schicht im Konverterleitstand des Oxygenstahlwerks Beäckerwerth. Das Bild aus Anfang 1968. Nach den Betriebsratswahlen in April 1968 die Spitze bleibt. Keine wesentlichen Verschiebungen in den Betriebsräten. Die Betriebsratswahlen bei der ATH sind abgeschlossen, die Stimmauszählung ist vorbei. Die Ergebnisse haben im Allgemeinen nicht überrascht. Es gab keine allzu großen Verschiebungen. Die drei bisherigen Vorsitzenden Rudolf Judit, Hamborn, Hans Mechmann, Roroth und Leo Ziegler, Hochofenberg-Hüttenbetrieb, werden auch in den nächsten drei Jahren die Leitung der Betriebsräte innehaben. Ein Hochhaus für die Abgeordneten mit Thyssenstahl. Es folgte ein Bild aus Bonn. Die Thyssen-Gruppe ist bei dem repräsentativen 30-stöckigen Neubau für den Bundestag in Bonn beteiligt. Rorotha-Werksküche entsteht auf historischem Boden. An dieser Stelle befand sich nämlich die erste Verwaltung des jetzigen Rorotha-Werkes. Der Grundstein hierfür wurde bereits im Juni 1854 gelegt. Hüttendirektor Schmidt machte den ersten Spatenstich. Von einer einzigen Stelle der Emulsionsanlage des Kaltbandwerks 2 in Beäckerwerth wird die Ölversorgung überwacht und gesteuert. Das Bild zeigt einen Ausschnitt der zentralen Steuerwarte. 1968 Hochöfen und Kühltürme eine fotografische Studie im Hochofenwerk Hamburg. Für das Rorotha-Oxygenstahlwerk war der 25. Mai 1968 ein wichtiger Tag. In Anwesenheit von Werksdirektor Höfges wurde an diesem Vormittag die neue Stahlentgasungsanlage in Betrieb genommen. Damit fand eine Entwicklung ihren Abschluss, die mit den Planungen Mitte des Jahres 1966 ihren Anfang genommen hatte. Die Anlage kann ein einziger Mann vom Leitstand aus bedienen. Die schematische Darstellung des Entgasungsverfahrens und der betrieblichen Aggregate mit ihren drei Hauptteilen Vakuumkammer, Mitte, Vakuumpumpe, rechts, und Legierungseinrichtungen, links. Die dritte Stahlwerksgeneration in Bruckhausen. Das neue Oxygenstahlwerk der ATH in Bau. Das Bild zeigt die Baustelle im Juli 1968 bevor die Stahlkonstruktionsmontage der Anlage beginnt. Siehe hierzu mein, wie ich meine informatives Video Ox 1, oder der Kasten von Bruckhausen. Auch Thyssen-Direktoren reisten zu den Schah in den Iran da die Thyssen-Gruppe beim Bau der Erdöl-Raffinerie Teheran beteiligt war. Am 21. Mai 1968 setzte der Schah von Iran die 15 Kilometer südlich der iranischen Hauptstadt Teheran errichtete neue Erdöl-Raffinerie feierlich in Betrieb. In August 1968 ist eine Schlagzeile in der Werkszeitung, dass das Hüttenwerk Oberhausen Mitglied der Thyssen-Gruppe wird. Am 30. Juni 1968, pünktlich 11 Uhr, war es soweit. Der neue Hochofen 8, der größte des Werkes Rorot, wurde angeblasen. Nach nur zehnmonatiger Bauzeit war ein Hochofen erstellt worden, der zu den modernsten der Welt zählt. Mit dem Neubau des Hochofens 8 wurde der Weg fortgesetzt, der vor zweieinhalb Jahren mit der Inbetriebnahme des Hochofens 7 erfolgreich begonnen wurde. Alle neuen Erkenntnisse, die man beim Betrieb des Hochofens 7 gewinnen konnte, kamen bei dem neuen Ofen jetzt zur Anwendung. Der Ofen soll eine Monatsproduktion von circa 90.000 Tonnen Roheisen erbringen. Im August 1968, auf der Rheinrede vor dem Werkshafen Schwelgern liegen Motorschiffe, die Produkte für viele Länder übernehmen. Auf dem Bild im Vordergrund ein Kymo, das Häfen in Skandinavien und an der Ostsee genauso anläuft wie in England, Frankreich und Spanien. Im Hintergrund Betriebe des Werkes Beekerwerth. ATH-Sportfischer werfen ihre Köder im Rhein aus. Ein Hobby, das die Freizeit sinnvoll ausfüllt. Diese Entwicklung wurde auch von einigen Sportfischern der ATH erkannt, und sie schlossen sich im Mai 1967 zum Angelsportverein Beek Beekerwerth e.V. zusammen. September 1968, das Bild zeigt die Männer der Werkfeuerwehr Hamburg und ihre Fahrzeuge. Zum Kreisfeuerwehrverbandstag, der vom 27. bis 29. September 1968 in Hamburg stellte sich die Werksfeuerwehr der ATH für die Werke Hamburg und Beekerwerth in ihrer Größe vor. Über zwei Drittel aller ATH-Mitarbeiter wohnen in Duisburg. Sieben von zehn Mitarbeitern der ATH, die in den Hamborner Werken und im Werk Rohroth arbeiten, wohnen auch in Hamborn, Rohroth und Maida ich oder einem anderen dem Werk benachbarten Duisburger Stadtteil. Das ist eines von zahlreichen interessanten Ergebnissen einer repräsentativen Befragung, die das Amt für Statistik und Wahlen der Stadt Duisburg im September 1967 über den täglichen Arbeitsweg der Belegschaften von zehn ausgewählten Duisburger Großbetrieben durchführte. In September 1968 wurde gemeldet, dass die ATH bisher 25 Millionen Tonnen Warmbreitband produzierte. Die beiden Warmbreitbandstraßen der ATH haben bis Ende August 1968 insgesamt 25 Millionen Tonnen Warmbreitband produziert. Sie walzen damit monatlich Blech in einer Länge, die fast dem halben Erdumfang entspricht. In der Warmbreitbandstraße 1 in Bruckhausen entstand am 31. Juli 1968 anlässlich der erstmals erreichten 200.000 Tonnen diese Aufnahme. Sie zeigt das Jubiläumscoil mit, rechts, Betriebschef Werner Hörsch, und, von links, den Meisternlose, Maschinenbetrieb, und Bredau, Elektrobetrieb, Walzmeister Hüsken, Haspel Vorarbeiter Nüssen, Walzvorarbeiter Heimann und Walzer Fustig. Wieder Bombenalarm für die Hauptverwaltung. Bei Baggerarbeiten im Bereich des in Bau befindlichen neuen Oxygenstahlwerkes Bruckhausen bei Tor 1 machte ein Baggerführer in den Morgenstunden des 29. August 1968 ein erstauntes Gesicht. Vor seiner Baggerschaufel kam eine dicke Bombe ans Tageslicht. Dieser gefährliche Fund hatte zur Folge, dass die Arbeiten auf dem Baugelände sofort eingestellt werden mussten. Auch der Straßenverkehr auf dem Werksgelände wurde in diesem Bereich unterbrochen und umgeleitet. Völlig verlassen und leergefickt war die sonst so verkehrsreiche Kaiser-Wilhelm-Straße, als um 12.10 Uhr die Sirenen heulten. Für den Feuerwerker Schwertner begann nun die einsame Arbeit, bei der man neben einem kühlen Kopf und fachlichem Wissen auch eine gute Portion Glück haben muss. Es war 12.27 Uhr, als dann die grüne Leuchtkugel zum glücklichen Ende der Aktion abgeschossen wurde. Viele Hände streckten sich bald danach dem Feuerwerker entgegen, der sich über diese Glückwünsche freute. Wie der ausgebaute Langzeitzünder auswies, stammte die englische 5-Zentner-Bombe vom Oktober 1944. Das Oxygenstallwerk Bruckhausen nach einem Monat Stahlmontage in September 1968. Im Werk Beeckerwerb mit dem Verwaltungsgelände und im Hintergrund den Hallen des Kaltwalzwerkes in September 1968. Mit der Bahn und auf der Straße vollzieht sich der Transport der Produktion im ATH Hüttenwerk Hamburg von den einzelnen Betrieben zum Werkshafen Schwelgern. Eine Fülle von grünen Birkenzweigen schmückte am 4. Oktober 1968 das Rohrotter Blasstahlwerk. Anlass war die Inbetriebnahme des zweiten umgerüsteten ehemals bodenblasenden Konverters 1 auf das Oxygenverfahren. Damit verfügt das Blasstahlwerk jetzt über vier Aufblaskonverter. Punkt 9 Uhr 5, genau nach Plan, wurde dieser Konverter zum ersten Mal mit Eisen beschickt und anschließend die erste Schmelze angeblasen, im Beisein von leitenden Herren der vor- und nachgeschalteten Betriebe, der Neubauabteilung, der Montagefirmen und des Betriebsrats. Nach beendeter Umrüstung übergab Oberingenieur Kleine-Kleffmann als Vertreter der Neubauabteilung den Konverter symbolisch an Oberingenieur Dr. Köhler, der sich für die zügige Bauausführung und die gute Zusammenarbeit bei allen Beteiligten bedankte. Das anschließende Bild zeigt den Kokillenguss auf dem Gießstand im Rohrotter Blasstahlwerk. Dieser Kokillenguss wird bald im Umfang gekürzt werden, da eine neue Stranggussanlage in den Betrieb gehen wird. Die Stranggussbogenanlage im Werk Rohrort steht kurz vor der Fertigstellung. Hier werden monatlich 35.000 Tonnen Vorbrammen erzeugt. Das Foto veranschaulicht die Größe des Bauobjektes. Die schematische Zeichnung zeigt, dass mehrere Arbeitsgänge durch das Stranggießen eingespart werden. In der oberen Zeichnungsreihe, von links, das Abgießen, das Strippen, der Blocktransport, der Tiefuffeneinsatz, das Auswalzen zur Vorbramme. Beim Stranggießen, unten, dagegen erhält man die Vorbramme als Endprodukt in einem einzigen Arbeitsgang. Linkes Bild. Die Stahlbaumontage hatte kurz vorher begonnen. Die ersten Träger ragen in den Himmel, mit großen Kranen werden die Stützen angebracht, im Hintergrund die Gießhalle des ehemaligen Siemens-Martin-Stahlwerkes 2. Hier entsteht die Gießhalle der Stranggussanlage, im Vordergrund der Kühlturm für die für die Wasseraufbereitung. So sah es im September 1968 in der Adjustaschehalle aus, auf dem Bild erkennt man die Fundamentierungsarbeiten im Bereich der Brennschneidanlage 2. Das nächste Bild zeigt, dass die Außenverkleidung der Hallen mit profilierten Thüssenblechen begonnen hat. Das Werkszeitung Umschlagbild des Heftes Dezember 1968. Die Sonne versinkt hinter dem Hochofen. Rückblick und Ausblick am Jahresanfang. Dr. Sohl sagte, dass die ATH auch für 1969 trotz größerer Sorgen zuversichtlich ist. Der Vorstand hier im Bild vor leitenden Mitarbeitern und Betriebsräten. Das große Oxygen-Stahlwerk Bruckhausen befindet sich im in schnellen Aufbau wie es diese Bilder hier zeigen. Eine Bruckhausener Foto-Impression aus luftiger Höhe in 1969. Noch qualmt das Thomas-Stahlwerk mit braunen Rauch. Ich hatte noch das Glück gehabt es von innen in Betrieb zu sehen. Das war schon beeindruckend und unvergesslich. Es geht weiter mit einer Übersichtszeichnung der August-Thüssen-Hütte. Aus der Vogelperspektive. Werke Hamborn, Bruckhausen und Beecker-Wert. Man schrieb dazu, dass die Werbeabteilung der ATH hat einen neuen Orientierungsplan über unsere Werke Hamborn, Bruckhausen und Beecker-Wert herausgegeben, der vor allem Besucher über die Lage der einzelnen Betriebe und die Produktionsanlagen unterrichten soll. Dieser informative Plan, von dem Grafiker Karl-Heinz wird geschaffen, zeigt die Betriebe und das ganze Straßensystem des Hamborner Werkbereichs der ATH sozusagen aus der Vogelperspektive. In der Karte sind die wichtigsten Punkte der drei Werke und ihre Produktionsanlagen durch Ziffern gekennzeichnet. Jetzt folgt etwas über das Düssenspaltband aus der Warmbandspaltanlage im Werk Beecker-Wert. Die Produktions- und Lagerhalle des Betriebes, der im Südwestteil des Beecker-Werther-Werksbereiches unmittelbar neben der Thomas-Schlacken-Mühle und der Zementfabrik liegt, bedeckt eine Fläche von rund 6000 Quadratmeter. Die Spaltscherenlinie selbst in ihrem maschinellen Teil ist 57 Meter lang. Ihre wichtigsten Maschinen sind der Abwickler, das Spaltscherenaggregat und der Aufwickler. Jeden Tag verlassen durchschnittlich acht Züge mit zusammen etwa 8000 bis 9000 Tonnen warmgewalzten Breitband die ATH-Werke Bruckhausen und Beecker-Wert zu den Großverbrauchern. Von dieser Menge sind rund 10% Spaltband und besäumtes Bandprodukte, die überwiegend mit Lastwagen ihre Abnehmer in der weiterverarbeitenden Industrie erreichen. Als die ATH vor zwei Jahren 1966 die moderne Warmbandspaltanlage im Werk Beecker-Wert in Betrieb nahm, folgte sie damit einer technischen Entwicklung, die eine wirtschaftlichere Arbeitsweise zum Ziel hat. Spaltband wird vor allem verarbeitet zu Stahlfenstern, Stahltüren, Waggonrahmen, Rohren, Leitplanken, Verpackungsband, Stahlfedern, Behältern und zu vielen kleineren Teilen, die bei der Produktion von Autos benötigt werden. Jetzt folgt eine, wie ich meine, fast beispiellose Geschichte. Die Werkzeitung berichtete das. Ein nahezu einzigartiges Experiment findet in diesen Tagen seinen Abschluss. Die Absenkung der Duisburg-Rorotahäfen durch den Abbau von Kohle. Um rund 1,50 Meter ist das gesamte Hafengelände planmäßig abgesenkt worden. Mit diesen Maßnahmen ist die Duisburg-Rorotahäfen- Verwaltung erfolgreich der Erosion des Rheins begegnet. Die Zeche Westende machte es möglich, und wie mein Vater mir damals erzählte waren die Westender-Kumpels auch stolz darauf. Die Luftaufnahme wurde aus einer Höhe von 2.500 Meter geschossen. Dabei flog man in einem weiten Bogen von der linken Rheinseite aus die große Rheinschleife zwischen Hafenschwelgern und Rohrmündung an, wobei die in Verlängerung der Knippbrücke verlaufende innere Werkstraße zwischen Thomas Schlackenmühle und Oxygenstahlwerk der Zielpunkt war, auf den man zusteuerte. Die Aufnahme zeigt übrigens, wie stark befahrender Rhein in diesem Abschnitt war, denn auf dem Bild sind nicht weniger als 50 fahrende und etwa zwei Dutzend vor Anker liegende Schiffe. Das Hüttenwerk wurde zum Maleratelier. Die Bandverzinkungsanlage der ATH in Beäckerwerth, Tempera, gemalt von Professor Howard L. Warner, Pittsburgh, USA. Für 1.000 Mitarbeiter gab es keinen Feiertag zwischen Weihnachten und Neujahr 1968-1969. Über 1.000 Belegschaftsmitglieder sowie zahlreiche Mitarbeiter von Unternehmerfirmen waren in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr bei Reparaturen und Erneuerungsarbeiten allein im Hamborner Werksbereich eingesetzt. Erfreulicherweise gab es keinen nennenswerten Unfälle, nicht zuletzt infolge der guten Zusammenarbeit, einer sinnvollen Planung durch die Neubauabteilung und dank dem umsichtigen Einsatz der Beteiligten. Am 23. Dezember 1968 stach der Rorota Elektroofen um 12.30 Uhr seine letzte Schmelze ab. Am 1. März 1957 war die erste Charge erschmolzen worden. In den knapp zwölf Jahren seiner Betriebszeit wurden im Elektrostallwerk insgesamt 336.400 Tonnen Elektrostall produziert. Am 6. Februar 1969 gab es eine Arbeitsteilung zwischen Thyssen und Mannesmann. Die Thyssen-Gruppe und die Mannesmann-Gruppe haben zur Stärkung und Sicherung ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit eine Arbeitsteilung vorgesehen. Die Röhrenwerke beider selbstständigen Konzerne sollen in einer neuen Gesellschaft, der Mannesmann-Röhrenwerke AG, zusammengefasst werden, an der die ATH mit einem Drittel der Anteile beteiligt sein wird. Andererseits soll die ATH von Mannesmann den Walzstahlbereich übernehmen. Dazu gehören das Grobblech und das Kaltwalzwerk in Hookingen, die Verzinkungsanlage in Finnentrop, das Elektroblechwalzwerk Grillofunke in Gelsenkirchen und das Breitflachstahlwerk in Großenbaum. Über die vorgesehene Neuordnung ihrer Arbeitsbereiche unterrichteten die beiden Unternehmen die Öffentlichkeit am 6. Februar 1969 durch eine gemeinsame Mitteilung. Kurz gesagt, Man tauschte Rohre gegen Blech. Ein schönes Bild aus 1969 mit der alten und neuen Hauptverwaltung, der Dolomit-Anlage, dem in Bau befindlichen Oxygen-Stahlwerk, sowie dem dahinterliegenden Siemens-Martin-Stahlwerk 1. Unter der Bezeichnung Thyssen-Color hat die ATH ein bandbeschichtetes Feinblech auf den Markt gebracht, das aus der im Dezember 1968 angelaufenen Bandbeschichtungsanlage Beäckerwert stammt. Das farbig beschichtete Feinblech wird in Rollen und Tafeln geliefert und bildet eine sinnvolle Ergänzung der Produktionspalette an kaltgewalztem, sowie an Senzimir- und elektrolytisch verzinktem Feinblech. Über Aufbau und Arbeitsweise der neuen Anlage, die im Anschluss an die Bandverzinkung Beäckerwert entstand ist folgendes zu sagen. Die Bleche werden gegen Korrosion geschützt. Um Kosten zu sparen erfolgt das Beschichten von Metallbändern im kontinuierlichen Verfahren. Verschiedene Beschichtungsmaterialien kaltgewalzte, verzinkte und verzinte Bänder, sowie Aluminium können im kontinuierlichen Verfahren mit Kunstharzeinbrennlacken, PVC oder Folien beschichtet werden. Coils bis 11 Tonnen Gewicht werden verarbeitet. Gründliche Vorbehandlung. Zunächst muss die Bando-Bärfläche von jeglichen Verunreinigungen wie Walzemulsion, Lagerungsöl, Staub oder Schmutz vom Transport durch eine alkalische Reinigung gesäubert werden. Zwei Beschichtungsmaschine, der chemischen Vorbehandlung folgt der eigentliche Behandlungsteil mit zwei übereinander angeordneten Beschichtungsebenen. Einbrennen bestimmt Qualität. Das Einbrennen der organischen Beschichtung ist ein wesentlicher Faktor für die Qualität des Endproduktes. Beim Eintritt in den Trockner hat sich die feuchte Lackschicht des Bandes auf dem Wege von der Beschichtungsmaschine zum Trockner gespannt. Im Auslauf auch Spalten möglich. Er besteht in der jetzigen ersten Ausbaustufe der Anlage aus dem Auslaufschlingenturm, einer hydraulischen Schere, und zwei Aufwicklern. Umfangreiches Lager an Lacken, da die Beschichtungsmaterialien wegen der teilweise großen Anteile an Lösungsmitteln feuergefährlich sind, hat man sich entschlossen, das Lacklager etwa 100 Meter von der Anlage entfernt aufzubauen. Qualität führt zum Ziel. Der ATH-Vorstand sagte im April 1969 dazu. Liebe Mitarbeiter, sicher ist Ihnen das neue Zeichen Q aufgefallen, das dieser Tage in den Betrieben angebracht worden ist. Q steht für Qualität, und das Zeichen soll besagen. Qualität führt zum Ziel Sie wissen, dass die Ansprüche an den Stahl heute überall sehr hoch sind. Der wirtschaftliche Erfolg unserer Unternehmensgruppe hängt somit immer mehr von unserer Zuverlässigkeit und von der einwandfreien, gleichmäßigen Qualität unserer Erzeugnisse ab. Thyssen-Qualität hat in der Welt einen guten Namen. Das soll in unser aller Interesse auch künftig so bleiben. Denn die Zufriedenheit unserer Kunden, schafft Sicherheit für die rund 100.000 Arbeitsplätze in unserer Unternehmensgruppe. An diesem Ziel kann und soll jeder verantwortlich mitwirken, denn es kommt dabei auf jeden Einzelnen an. Nur durch die gemeinsame Arbeit aller ist Thyssen-Qualität der Gütebegriff, der uns den Erfolg sichert. Im Mai 1969 berichtete man von Vorschlägen, verbessern, verhüten. Vorschläge brachten Verbesserungen und den Einsendern Dank und Belohnung. 24 Verbesserungsvorschläge von Mitarbeitern der Werke Bruckhausen, Beecker-Werth und Hochofenwerk Hamborn wurden im Anschluss an die letzte Sitzung des Hamborner Bewertungsausschusses mit Prämien ausgezeichnet. Hütten-Direktor Dr. Brandy empfing 22 erfolgreiche Belegschaftsmitglieder in der 10. Etage der Hauptverwaltung und überreichte ihnen die Prämien, deren Beträge zwischen 50 und 1600 Mark lagen. Weitere große Investitionen bei der ATH auch für die nächsten Jahre geplant. Die 1300 Aktionäre, die sich zur 15. ordentlichen Hauptversammlung der August-Thyssenhütte AG am 29. April 1969 in der Duisburger Markatorhalle eingefunden hatten, belichten fast einstimmig die Vorschläge, die ihnen seitens des Vorstandes zur Beschlussfassung vorgelegt wurden. Dabei teilte Dr. Brandy unter anderem mit, dass die ATH bei ihrer Rohstahlproduktion den Anteil an Oxygenstahl von gegenwärtig 45 Prozent der Erzeugung im Laufe der nächsten beiden Jahre auf 80 Prozent erhöhen werde. Um dem erhöhten Bedarf an Roheisen gerecht zu werden, sei gegenwärtig in Schwelgern eine der größten Sinteranlagen der Welt in Bau. Die ATH stände außerdem kurz vor der Entscheidung über den Bau von Großhochöfen im gleichen Werksbereich unmittelbar am Rhein. Man hoffe, dadurch mit der technischen Entwicklung in der Welt Schritt halten zu können. Dazu gehöre auch eine Erweiterung der Kuckereikapazität, die der Aufsichtsrat bereits im Herbst letzten Jahres genehmigt habe. Neue Waschkaue für 798 Mitarbeiter der Kuckerei August Thyssen. Nach alter bergmännischer Tradition ist diese Kaue, die 798 Belegschaftsmitgliedern Platz bietet, in einen Schwarzteil und in einen Weißteil unterteilt. Beide Teile umfassen 710 Quadratmeter. Zwischen dem Schwarzteil und dem Weißteil liegt der Brausetrakt. Außerdem sind Räume für Vorarbeiter, Versehrte und Jugendliche eingerichtet. Während im Schwarzteil Kleideraufzüge installiert sind, wird Straßenkleidung im Weißteil der Waschgau in Einzelschränken aufbewahrt. Bei der Einweihung am 2. Mai 1969 die Vorstandsmitglieder der Hamborner Bergbau AG, Dr. Bazei und Pol, im Vordergrund zweiter bzw. vierter von rechts, zwischen beiden der Betriebsführer der Kuckerei, Diplom-Ingenieur Benz, ganz links Kuckerei-Direktor Brömmel, im Hintergrund links, halb verdeckt, Kuckerei-Chef Diplom-Ingenieur Stefan. Das Bild zeigt, anstelle eines abgerissenen hölzernen Kühlturms entsteht inzwischen ein moderner Neubau unmittelbar neben dem Waschgauengebäude. Mitte 1969 wurde uns berichtet, dass die Rorota-Strang-Gussanlage ihre Leistung gleichmäßig steigert. Eine Monatsproduktion von 30.000 Tonnen nach halbjährigem Betrieb bereits erreicht. Von diesem Steuerpult aus erfolgt die Steuerung des Treibers, der die Strang-Gießbramme ausfördert, von hier aus wird auch der Kaltstrang vom Warmstrang gelöst. Am 30. Juni 1969 wurde der Arbeitsdirektor Kurt Döse 50 Jahre alt. Ich hatte die Ehre im September 1976 mit dem freundlichen und aufmerksam zuhörenden Arbeitsdirektor in seinem Büro in der Bruckhausener Hauptverwaltung zu sprechen. Kurt Döse ist am 16. Februar 2009 verstorben. Damit hatte sich der letzte des alten ehemaligen ATH-Vorstandes aus den 60er Jahren von dieser Welt verabschiedet. Rorota-Belegschaft hat jetzt ein eigenes Casino am 19. August 1969 der Bestimmung übergeben. Über 70 Firmen waren am Bau beteiligt. Das neue Belegschafts-Casino von außen, Ansicht von der Friedrich-Ebert-Straße nahe am Rorota-Bahnhof. Das Bild links zeigt wie das erste Essen ausgegeben wird. Im Bild rechts sieht man wie es im Speisesaal aussieht. Der 19. August 1969 war ein Dienstag und unsere Kollegen ließen sich das Essen gut schmecken. Die größten Thomas-Konwerter der Welt im Werk Rorot blasen nicht mehr. Am 31. Juli 1969 wurde im Werk Rorot die letzte Thomas Schasche erblasen. Damit nahm ein bedeutsames Kapitel Stahlgeschichte sein Ende, das dort vor fast genau 90 Jahren, am 22. September 1879, begonnen hatte. Damals wurde in unmittelbarer Nähe des jetzigen Stahlwerks zum ersten Male auf dem europäischen Kontinent Stahl nach dem neuen Thomas-Verfahren erzeugt. Mit der Stillegung des letzten Thomas-Konwerters ist in Rorot die Produktion von Thomas-Stahl endgültig eingestellt worden. Ein Jahr unter ATH-Betriebsführung. Seit der Übernahme der Betriebsführung des Kraftwerkes Hamborn durch die ATH am 1. Oktober 1968 konnten die Energiewirtschaft der Hütte noch weiter rationalisiert und gleichzeitig auch die Überlegungen, die einst zum Bau des Kraftwerkes führten, verwirklicht werden. Der erste Bauabschnitt des Kraftwerkes Hamborn ist als Sammelschienenwerk angeordnet. Es besteht aus zwei Kesseln mit einer Dampfleistung von 125 und 155 Tonnen je Stunde, bei einem zulässigen Dampfdruck von 83 Atü und einer Temperatur von 500 Grad Celsius. In den Generatoren zweier Turbinengruppen, ist eine elektrische Leistung von je 32 Megawatt installiert. Der erzeugte Strom wird über Transformatoren, sowie Schaltverteilungsanlagen den Verbrauchern zugeleitet. Durch das weitere Ansteigen des Angebots an Gichtgas bei der ATH ergab sich vor wenigen Jahren die Notwendigkeit, auch den letzten, bisher nur mit Kohle betriebenen Kessel des Kraftwerkes auf mit Verfeuerung von Gichtgas umzustellen. Dieser Umbau erfolgten 1967 unter Nutzung der bisherigen Betriebserfahrungen und mit Einsatz der modernsten technischen Geräte. Das Blockwerk als zweiter Bauabschnitt umfasst einen Kessel mit einer Dampfleistung von 220 Tonnen je Stunde bei einem Konzessionsdampfdruck von 185 Atü und einer Temperatur von 530 Grad Celsius und einer Maschinengruppe mit einer Generatorenleistung von 64 Megawatt. Zu diesen Hauptanlagen gehören eine Anzahl von Hilfseinrichtungen, wie Brennstoffförder- und Aufbereitungsanlagen, Pumpen, Gebläse, Vorwärmer, Wasseraufbereitungsanlagen, Werkstätten und so weiter. In Oktober 1969 wurde auf dem Titelbild der Werkszeitung ein Auto mit einer schönen jungen Frau gezeigt, und man schrieb dazu. Aus Edelstahl der deutschen Edelstahlwerke ist die Karosserie dieses BMW 2800 CS, die Attraktion des Thyssen-Standes auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt. Zu der Frau sagte man leider nichts. Das neue Oxygenstahlwerk Bruckhausen, das eine Rohstahlkapazität von mehr als 300.000 Monatstonnen besitzt, hat nach 18-monatiger Bauzeit am 29. September 1969 den Betrieb aufgenommen. Dieses, neben Beecker-Wert und Rohroth jetzt dritte Oxygenstahlwerk der ATH, das zu den größten der Welt gehört, und dessen zwei Konverter ein Gefäß, Volumen von je 250 Kubikmeter besitzen, wird sowohl phosphorarmes als auch phosphorreiches Rohreisen verarbeiten. Die Bilder zeigen den Einsatz von Rohreisen in den Konverter und den Kokilenguss. Ich muss hier bemerken, dass mit der Inbetriebnahme von dem Oxygenstahlwerk eins für einen Zeitraum von Oktober bis Ende Dezember 1969 drei direkt nebeneinander liegende Stahlwerke in Bruckhausen Stahl erzeugten. Wir hatten also Thomas, Siemens, Martin und Oxygenstahl. Diese Kombination war einzigartig für Bruckhausen, und kam auch nie wieder. Ich war öfters in dieser Zeit in der Werkstatt des Erhaltungsbetriebes vom Oxygenstahlwerk eins, und muss sagen, dass da in diesen Tagen eine große Betriebsamkeit herrschte. Kein Wunder mit drei laufenden Stahlwerken. Das Bild zeigt den ATH-Stahlwerkskomplex in Bruckhausen. In dem Bild habe ich auch gekennzeichnet, wo unser Reparaturbetrieb vier zu Hause war, in dem ich als Schweißer gearbeitet habe. Von dieser man kann sagen kleinen Werkstatt aus wurden wir in die ganze große Hütte geschickt, um Reparaturarbeiten auszuführen. Wichtig ist hier zu sagen, dass Ende 1969 das Aus für den Thomas und Siemens-Martinstahl bei der ATH war. Ein neues Wahrzeichen für die ATH und Bruckhausen ist in der Nacht die in 85 Meter Höhe über dem Stahlwerk stehende Fackel, mit der die entstaubten Konverterabgase verbrannt werden. Die Tariflöhne und Gehälter in der Stahlindustrie wurden ab dem 1. September 1969 um 11 Prozent erhöht. Wir Arbeiter freuten uns auf diese satte aber auch für uns alle notwendige Lohnerhöhung. Der Januar 1970. Schnee und Eis um die Jahreswende behinderten Betriebe und Häfen. Wir alle kannten ihn. In März 1970. Eines der technischen Wahrzeichen Hamburgs, der 106 Meter hohe Großgasbehälter der Thüssengas AG an der Franz-Lenzestraße, wechselte den Besitzer. Seit dem 1. Dezember 1969 dient er ausschließlich der ATH. Er wird als Puffer zwischen den kontinuierlich gaserzeugenden Kuckereien und den nicht gleichmäßig verbrauchenden Walzwerken und Kraftwerken eingesetzt. Man teilte uns mit das. Wer mehr weiß, kommt voran. Viele Kurse zur Weiterbildung vermitteln den Mitarbeitern neue Kenntnisse. 500 Mitarbeiter der ATH konnten in den vergangenen sechs Jahren an Grundlehrgängen für Hüttenwesen, für Erhaltungsbetriebe und Werkstätten sowie für die Bauabteilung teilnehmen und damit wichtige Voraussetzungen schaffen für ihren Einsatz als Vorarbeiter oder für die Vorbereitung zur Meisterprüfung. Anfang 1970. Langwierige Grippe ließ den Krankenstand in diesem Winter bei der ATH anschwellen. Mein Kommentar dazu. Damals haben wir alle diese Grippewelle ohne das Tragen von Masken und ohne Ausgangssperre überstanden. 90 Prozent von uns haben einfach weitergearbeitet. Weiterhin zeigte man uns die komischen gemalten Karikaturen von der Thyssen-Werbekampagne Qualität führt zum Ziel. So wie die da gezeigten Typen sah keiner von uns aus. In den ersten Monaten von 1970. Man sprach von dem Jahrhunderthochwasser. Der Nordhafen war restlos überflutet und vorher, wie bereits zuvor gesagt, kam noch der Schnee. Hochwasser am Niederrhein, diese Meldung taucht fast in jedem Jahr auf. Diesmal aber erwischte es alle besonders schlimm. Innerhalb von vier Tagen stieg am Rohrotterpegel der Wasserstand des Rheins um nicht weniger als 4,66 Meter und erreichte seinen Höchststand am späten Abend des 25. Februar 1970 mit 10,91 Meter. Die Kai-Anlagen waren hier noch trockenen Fußes zu betreten, allerdings drang sicker Wasser in die Erzlager. In einem Fall musste hier gepumpt werden, und zwar in den Schächten der Fundamente der Bandanlage für Schlackenverladung am Rheinufer. Die Rheinschifffahrt wurde am 25. Februar bis 2. März 1970 eingestellt. Anfang 1970 berichtete man das. Im Geschäftsjahr 1968-69 konnten Produktion und Absatz der Thyssen-Gruppe kräftig ausgeweitet werden. Der Fremdumsatz stieg um 27 Prozent auf 9,1 Milliarden D-Mark. In diesem Zuwachs kommt sowohl die starke Belebung der Stahlkonjunktur zum Ausdruck, als auch das Wachstum des Konzerns vor allem durch die Einbeziehung des Hüttenwerks Oberhausen. Ohne des Hüttenwerks Oberhausen betrug die Umsatzsteigerung gut 16 Prozent. Zur Belegschaft der ATH gehörten am Ende des Berichtsjahres 31.685 Arbeiter und Angestellte. Das waren 1.443 Mitarbeiter, oder 4,8 Prozent mehr als vor einem Jahr. So war es nicht sehr überraschend, dass jetzt die Zeit des Baues neuer Großhochöfen begann. Das Schaubild hier zeigt die Entwicklung der Hochöfen, ihrer Größe und der Gestelldurchmesser zwischen der Zeitspanne von 1760 und 1970. Im Werk Rohrord entsteht ein neuer Großhochofen, den man mit Recht als Ofenriesen bezeichnen kann, da er mit einem Gestelldurchmesser von 11 Meter und einer geplanten Rohreisenerzeugung von 5000 Tonnen pro Tag alle zurzeit in Europa in Betrieb befindlichen Hochöfen übertrifft. Dieser Neubau war erforderlich, um die Produktion dem ständig steigenden Rohreisenbedarf anzupassen. Zurzeit wird mit einer Zuwachsrate von vier Prozent des Weltbedarfs gerechnet. Man zeigte uns den Bau vom Europort und schrieb, in der Erzumschlaganlage Rotterdam Europort münden die Erzstraßen der Welt. Das nächste Bild aus 1970 hatte den Titel, in der Erzumschlaganlage im Hafen Schwelgern. Im März 1970 schrieb man, dass die Walzwerke in Hüttenheim und Großenbaum verbreitern die Produktionspalette der ATH. Im Rahmen der von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften in Brüssel genehmigten Arbeitsteilung hat die ATH, wie hier im Video bereits berichtet, am 1. Februar von Mannesmann das Kaltwalzwerk, das Grobblechwalzwerk und die Warmbandadjustage in Hüttenheim, sowie das Breitflachwalzwerk und die Trägerschweißerei in Großenbaum übernommen. Meine Anmerkung? Alle diese Werke in Hüttenheim und Großenbaum waren mir bekannt, da ich da Reparaturschichten gemacht habe. Mitarbeiter der Thyssen-Gruppe aus zahlreichen Ländern der Erde trafen sich Ende April 1970 zum dritten Mal beim Thyssen-Auslandstag in Düsseldorf. Diese im wahrsten Sinne des Wortes globale Zusammenkunft zeigte deutlich die engen Beziehungen der Thyssen-Gruppe zu den internationalen Märkten. Der Staatspräsident von Liberia besichtigte die ATH. Am 2. Juni 1970 besuchte der Staatspräsident von Liberia, Dr. Thupmann, die August-Thyssen-Hütte in Hamburg. Während seines zwölftägigen Besuches in der Bundesrepublik Deutschland weilte der liberianische Staatspräsident damit zum zweiten Male in Duisburg. Mit einem Schiff hatte der liberianische Staatspräsident die Reise von Liberia nach Deutschland gemacht. Es war das Motorschiff Susanne Schulte, das Erz von Liberia nach Bremen brachte. Zwischen der Thyssen-Gruppe und Liberia bestehen seit vielen Jahren enge wirtschaftliche Beziehungen. Liberianische Erze haben einen bedeutenden Anteil an der Rohreisengewinnung der ATH. Seit über einem Jahrzehnt ist die Thyssen-Gruppe mit 37,5 Prozent an der D-Limco beteiligt, die über die Bonn-Bergbau den Erzabau in der grobe Bonn-Range betreibt. Von 1965 bis 1969 betrug die Produktion dieses deutsch-liberianischen Unternehmens 16,8 Millionen Tonnen Erzkonzentrat. Die ATH importierte im gleichen Zeitraum 5,7 Millionen Tonnen Erzkonzentrat aus dieser grobe. In der Mitte von 1970 informierte man uns, dass Europas höchster Kamin für neue Sinteranlage 3 in Schwelgern gebaut wird. Am Hafen Schwelgern errichtet die ATH unmittelbar neben der Erzbrech- und Siebanlage und der Sinteranlage 2 im Zusammenhang mit dem dort geplanten Bau von Großhochöfen eine weitere Sinteranlage. Ihr erster Bauabschnitt ist der Kamin, der direkt neben dem 150 Meter hohen Kamin der bereits vorhandenen Sinteranlage erbaut wurde. Mit 250 Meter Höhe zählt dieses Bauwerk zu den drei höchsten Kaminen Europas und gibt der Hamborner Industriekulisse am Rhein einen neuen Akzent. Ein denkwürdiger Tag wird dieser 31. Juli 1970 in der Geschichte der ATH bleiben. Nach 80 Jahren ihres Bestehens, stellte die Steinfabrik ihre Produktion ein. Zentralisierung gab den Anstoß zur Stilllegung der Steinfabrik. Der künftige Bedarf an feuerfestem Material wird nun in der Hauptsache von einer Konzerngesellschaft für feuerfeste Erzeugnisse geliefert. Das Bild rechts. An dieser Strangpresse wurde das Material für die Stopfenstangenrohre gepresst. Am 31. Juli 1970 erkalteten die Öfen. Der älteste ATH-Betrieb, die Steinfabrik, stellte ihre Produktion ein. Dieser Zeitpunkt war seit einigen Monaten sorgfältig vorbereitet, um unter anderem soziale Härten bei der 120-Mann-starken Belegschaft zu vermeiden. Diese Arbeitskräfte werden von anderen Betrieben im Hamborn übernommen. Am 16. Juli 1970 wurde der neue Großhochofen 6 des Werkes Rohroth angeblasen. Eineinhalb Jahre nach Bewilligung des Großprojektes durch den Aufsichtsrat steht jetzt der ATH der derzeit größte mit seinen 11 Metern Gestelldurchmesser und auch der modernste Hochofen Europas zur Verfügung. Mit dem Neubau dieses Großhochofens wurde der Weg fortgesetzt, der mit der Inbetriebnahme von Hochofen 7 vor fünf Jahren und mit Hochofen 8 vor zwei Jahren erfolgreich begonnen wurde. Der Hochofen 6 wurde nach dem neuesten Stand der Technik und unter Berücksichtigung der Erfahrungen an Hochofen 7 und 8 gebaut. Der neue Hochofen 6 steht fast an der gleichen Stelle, an der zu Anfang der 20er Jahre der alte Ofen 6 gebaut worden war. Mit seiner geplanten Produktion von 5000 Tagestonnen erzeugt er weit mehr als die beiden alten Rohrotha Öfen 1 und 3, die zusammen eine Tagesleistung von 1900 Tonnen hatten. Also Hitze kannten wir schon 1970 als man schrieb. Schweißproduktion steigt, Hitze und Schwüle im Sommer drücken auf die Leistungsfähigkeit. Für die Stahlwerke der ATH lieferten die Hüttenwerke Oberhausen im Verlauf von drei Jahren 2 Millionen Tonnen Roheisen. Die Jubiläumslieferung rollte am Donnerstag, den 30. Juli 1970, vom Hochofenwerk in Oberhausen zum Oxygenstahlwerk der ATH in Beeckerwerth. Heute hatten wir überall freie Fahrt und kamen so ohne Aufenthalt bis Beeckerwerth, meinte Hohag-Lokführer Lohmann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 команд 5.浪 2. Korribικά Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018